Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Hooked FM Feedback. Ich bin Tom, mir gegenüber sitzt der Robin. Hallo, hallo, unsere Füße sind zurück. Unsere, what? Feedback. Das hast du bestimmt schon mal gemacht in der Vergangenheit und wir haben es alle nur wieder vergessen. Wir nehmen diesen Podcast hier tatsächlich noch vor Weihnachten auf. Für euch kommt er eher so um Silvester rum. Ich weiß jetzt nicht ganz genau wann, aber so ungefähr eine Woche nach Weihnachten. Deswegen hoffen wir, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest hattet, falls ihr es denn feiert oder irgendeine andere Art von Fest, falls ihr diese feiert und dann natürlich, dass ihr ein schönes neues Jahr haben werdet oder bereits hattet. Wie gesagt, ich weiß nicht 100 Prozent, wann dieser Podcast hier erscheint. Wir haben mal wieder nach Fragen von euch gefragt und haben auch ein bisschen Feedback erhalten. Einerseits von Patreon und Steady. Da ist diesmal nicht so viel dabei. Deswegen kommen vielleicht auch mehr Leute von YouTube dieses Mal ran. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir es wiederum gar nicht zu den YouTube Fragen geschafft. Aber vorher wollen wir einmal natürlich noch die letzten Monate Revue passieren lassen, was so bei Hooked passiert ist und bei Time to 3 passiert ist. Denn der letzte Feedback-Podcast, Robin, der war am 1. Juli, glaube ich zumindest, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, also ungefähr ein halbes Jahr her. Und da haben wir auch darüber geredet. Deswegen lasst uns doch jetzt auch nochmal zurückblicken, weil es ja manche, denke ich, auch interessiert, diesen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Und zwar zum Beispiel gab es diverse Sachen, die rausgekommen sind. Einmal die Goti-Videos zum Jahr 2003, die wieder liefen. Eine Retro-Goti-Liste. Was denn? Die Formulierung war ein bisschen lustig, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich muss mir das so selber zusammenpusteln, während ich hier mal auf meine Liste gucke. Da sind die Moderationen manchmal arg improvisiert. Ich kenne es gut. Die 2003er-Goti-Liste hat, finde ich, wieder sehr viel Spaß gemacht und augenscheinlich auch euch wieder sehr viel Freude bereitet. Und es war das erste Mal, dass wir Björn aka Speckups dabei hatten, als kleinen Secret-Guest. Und da waren wir ganz große Fans von, weil wir große Fans sind von Speckups. Und ihr scheinbar auch, weil das war total schön zu sehen. Einerseits diese Überraschung der Leute, wie sie so dachten, oh, so sieht Björn aus. Und dann die Stimme und das Äußere, das zusammenzubringen zum ersten Mal. Und dann aber auch dadurch, dass Björn jedes Game Boy Advance-Spiel unter der Sonne gespielt hat und zu jedem was sagen konnte. Er kam mit geladener Kompetenz-Shotgun hier an. Das war großartig. Einerseits das und andererseits aber auch mit den Trivia-Fun-Facts zu irgendwelchen Game-Pro-Magazin-Auftritten. Das war ganz hervorragend. Hatten wir ihm die Liste vorher geschickt? Ich würde nicht glauben, ob ich das gemacht hätte, weil ich glaube, er wollte sie nicht haben. Ich glaube, das war wirklich spontan, was das alles noch krasser war. Ich bin auch der Meinung, das war alles spontan. Und das war ganz wunderbar. Deswegen können wir uns sehr gut vorstellen, dass wir Björn auch in Zukunft nochmal fragen werden, ob er mal dabei sein wird bei einer der Listen. Und ja, also ich bin auch großer Fan von diesen Retro-Listen. Mir macht das auch immer Spaß, vorher die Spiele zu capturen, weil es dann auch nochmal so eine Zeitreise ist. Und ich glaube, das Jahr 2004 werden wir sicherlich auch machen im nächsten Jahr. Und dann geht es nämlich richtig. Dann kommen die PC-Heavy-Hitter raus. Weil 2004 war Far Cry, war Doom 3 und Half-Life 2. Ich frage mich, ob das in unserer Community überhaupt einen großen Anklang findet oder ob die alle so Konsolen-fokussiert sind. Ich glaube, Half-Life 2 ist so groß und kam ja dann später zumindest auch auf die Konsolen. Aber reicht das auch für Far Cry zum Beispiel? Das weiß ich nicht, aber Far Cry 1 ist ja jetzt auch nicht der krasse Klassiker. Doch. Grafisch. Ich würde sagen, Far Cry 1 ist ein Klassiker, der vor Doom 3 steht und in der Qualitativen. Vor Doom 3? Auf jeden Fall ein besseres Spiel als Doom 3. Lass uns diese Diskussion aufheben für den Sommer. Jawohl. Es gab zwei Folgen Item Get. Es gab dein großes Final Fantasy 16 Video-Tagebuch. Vielleicht können wir da nochmal drüber reden, so ein bisschen ein Post-Mortem machen, weil du hattest ja im letzten Hochquiz am Ende deinen Rant. Und ich glaube, da war ein bisschen Wahrheit mit drin, ne? Also da hast du dich ja beschwert über die Zuschauerzahlen. Also da war tatsächlich emotional keine Wahrheit drin, weil die Emotionen, die spüre ich nicht so. Denn da ist es tatsächlich so, ich sehe ja die Reaktion auf die Patreon und Steady exklusiven Teil dieses Videos. Denn ich habe dort ja das gesamte Tagebuch, das irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, zwei Stunden oder sowas ging. Ich glaube, so ungefähr. Irgendwie Filmlänge auf jeden Fall. Ja, das habe ich halt als ein fettes Video für alle SupporterInnen hochgeladen und die konnten das sofort gucken. Und das lief ja super. Also das haben über 1000 Leute sich angeguckt oder Leute haben sich über 1000 Mal angeguckt, was für ein Video, was SupporterInnen exklusiv ist, eine super gut laufende Sache ist. Das heißt, so meine größte Intention dahinter hat halt geklappt. Und natürlich sieht man dann auch, würde man dann halt gerne sehen, dass es ein bisschen, wenn es dann für alle kommt, auch besser läuft. Klar, da freut man sich immer drüber. Aber ich glaube, es hätte mich tatsächlich eher so ein bisschen enttäuscht, wenn irgendwie das niemand bei Patreon oder Steady geguckt hätte. Weißt du, wenn man, wenn da einfach, weil das heißt halt für mich, okay, da habe ich sehr, sehr viel Arbeit in etwas reingesteckt, was unsere dollsten SupporterInnen überhaupt gar nicht interessiert hat. Und das war so ein bisschen in den Wind geschossen. Und da das die Leute offensichtlich dann doch interessiert hat, die uns am meisten supporten oder beziehungsweise die uns finanziell supporten. Und da es ja so ein bisschen auch aus diesem exklusiven gedacht war, bin ich da insgesamt tatsächlich recht positiv rausgegangen. Obwohl ich natürlich trotzdem mir denke, ja, wäre schön gewesen, wenn es mehr Leute für alle geguckt hätten. Aber das ist fein. Also ich finde auch, es wäre schön gewesen. Und ich finde, es hätte die Reihe auch verdient gehabt. Es hatte, glaube ich, einfach dieses unglückliche Timing, genau in dieser Zeit zu kommen, wo alle anderen gerade fertig waren mit Review und Nachspielbesprechung. Und ja, aber ein Videotagebuch braucht halt nun mal auch die Zeit. Also es kommt ja dann dazu, dass es ja sehr viel gewesen ist. Es wurde ja exzessiv lang. Das muss man ja wirklich betonen. Es ist ja das längste, was ich je geschrieben habe in einem Stück. Und das war ja, meine Intention dahinter war eigentlich, ah, Final Fantasy XVI wird dieses Character Action, Final Fantasy. Das heißt, ich habe den Vergleich zu Final Fantasy XV, was ein Open-World-Rollenspiel war. Offensichtlich wird Final Fantasy XVI kürzer und ein bisschen zackiger erzählt. Und dann war ja das Gegenteil irgendwie wahr. Das Spiel ist ja auch super lang gewesen. Und ich habe dann ja irgendwann auch aufgehört, die Sidequests groß mitzunehmen. Und das hat mich einfach, das hat mir halt übelst in den Arsch gewissen, dass ich dann a, viel grundsätzlich über Gameplay geredet habe, was ich gar nicht erwartet hätte, dass das so nötig wird, aus meinen Augen nötig wird. Und b, dass einfach das Spiel selbst so lang wird. Dass allein die Zusammenfassung, die ja so ein Tagebuch für so ein Story-Game auch dann zu einem gewissen Grad irgendwie uns erhaltsam bieten soll, dass allein die schon mega lang wurde. Damit habe ich halt gar nicht gerechnet, dass es so ein langer Prozess wird. Ja, aber ich glaube, für die Leute, die es gesehen haben, hat es sich dann gelohnt. Und ich finde auch schön, dass es über Patreon und Steady so erfolgreich war, diese im Wesentlichen zeitexklusive Sache, die wir da gemacht haben. Und das hat sich so ein bisschen durchgezogen, weil bei Time to 3 gab es ja in diesem Jahr Glover als ein großes Projekt, das ich angestoßen hatte, wo ich mich sehr gefreut habe, dass wir das zu viert hinbekommen haben. Und so ein bisschen ein aufwendiger, geschnittenes, wirklich stark editiertes Let's Play zu machen, wo so die Längen auch rausgeschnitten werden und so, dass das bei euch auch gut ankam. Und das hat auch super funktioniert mit dem Early Access-Kram, wo wir auch richtig gemerkt haben, okay, das zieht dann auch Leute auf Patreon und auf Steady. Weil da kann man ja auch mal sagen, sagen, bei Steady war es extrem stabil die letzten Monate. Also da hat sich weder groß was nach oben noch nach unten bewegt, was wir durchaus positiv werten. Bei Patreon siehst du sehr viel stärker dieses, ah, okay, wenn es was Exklusives gibt, geht es hoch. Und wenn es gerade mal nichts Exklusives gibt, wie jetzt zum Beispiel in den letzten drei Monaten, dann geht es auch wieder ein bisschen runter. Und da ist es immer so dieses Auf und Ab, was auch okay ist, weil insgesamt bleibst du dann relativ stabil. Es sei denn, dass Film Hartz IV rauskommt, weil ich scrain. Damit du wieder ein WTF machen kannst. Naja, aber ich glaube einfach, worauf ihr euch einstellen könnt und bei den GoTee 2003 Videos hatten wir auch die Zeitexklusivität, ist, dass wir das halt öfter machen. Dass man dieses Zeitexklusive macht. Ich glaube, womit jeder ganz okay klarkommt, wo auch jetzt die Leute auf YouTube sich nicht so sehr beschweren. Ab und zu wird es auch exklusive Videos geben. Ich hatte ja dieses Studio-Update, wo ich das Studio aufgeräumt habe. Da habe ich gedacht, das mache ich mal exklusiv für Patreon und Steady-Supporter in dieser Blick hinter die Kulissen. Und das hat die Leute ja auch gefreut. Deswegen stellt euch darauf ein, dass es so Early-Access-Kram, denke ich, mehr geben wird. Wir sind halt nur, also unsere Planung ist ja nicht so komplett durchge, ja, so durchgeplant und so straight, dass wir sagen können, ah, wir haben immer was Exklusives. Das merkt ihr ja. Aber es gibt ja immer den On-Topic-Podcast. Genau. Und da haben wir auch ein bisschen was besprochen, ob wir da mal was mitprobieren als auf der Podcast-Ebene, ohne dass wir jetzt genau wissen, ob und wann das was wird. Aber ja, es ist ein laufender Prozess, wo wir dann auch noch, also wir sind genau so gespannt, wie wir dann Ende nächsten Jahres hier sitzen und zurückblicken. Absolut, absolut. Aber auch bei On-Topic bin ich eigentlich sehr happy mit, weil On-Topic ist so ein bisschen so dieses Ausprobieren von Formaten auch. Wir haben uns jetzt dieses Soundtrack-Format, ich nenne es mal Glean von Stay Forever, wo wir selber so viel Spaß dran haben und ihr dann auch so viel Spaß dran habt, wo ihr selbst teilweise gesagt habt, ja, ihr könnt auch nur das machen, so nach dem Motto. Wo wir auch auf jeden Fall weiter mitmachen wollen. Und dann gab es noch so Sachen wie den Filmrückblick, den du mit David gemacht hast, den Halbjahresrückblick. Du hattest mit Lucy den Spoiler-Podcast gemacht zu Baldur's Gate. Wir haben Podcasts gehabt zu Collector's Editions oder zu Controllern oder zu den YouTube-Empfehlungen. Ich finde, die haben alle richtig Spaß gemacht. Also ich finde, da sind richtig tolle Podcasts draus geworden. Deswegen, schau doch mal da vorbei. Ich möchte auch sehr nochmal empfehlen, den, was war es, den letzten Podcast, den ich mit Leo gemacht hatte bei Hooked on Topic. Ja, über Humor. Humor war das erste Mal. Oh nee, dann war das Story. Was macht gutes Writing aus? Was macht gutes Writing aus, genau. Da, also Leo hat halt die Gabe, dass man einfach während des Gesprächs dann selbst dann immer wieder neue Sachen über seine eigenen Meinungen so ein bisschen erfährt. Und er zwingt einen so ein bisschen noch mehr zu reflektieren. Und dann kommst du in diesem Gespräch zu neuen Schlüssen, die du am Anfang nicht erwartet hast. Und das hat auch noch ganz viel Spaß gemacht. Ja, und wo wir Leo schon erwähnen, wir hatten gerade erst die dritte Folge vom Hooked Quiz und das war ganz wunderbar. Ja, da, also weiß nicht, ich hatte das Gefühl, das war nochmal ein Fortschritt zu den letzten Folgen. Nicht nur wegen Leos Drip, sondern auch, weil Nick unter anderem dabei war als Regie. Das hat Leo und mich sehr entlastet beim eigentlichen Quiz selbst. Und gefühlt hat es euch auch richtig viel Spaß gemacht. Mir macht das dann auch so viel Spaß, im Nachhinein nochmal reinzugucken, weil wir kriegen ja den Chat nicht mit. Wir gucken ja nie auf den Chat. Und dann nochmal zu sehen, wie einerseits ihr mitratet und dann aber auch reagiert auf die Upsets, die es dann gibt, ohne jetzt zu spoilern. Das ist sehr schön. Ich finde, weil in der Aufnahme sieht das voll so aus, als ob wir voll einfach auf den Chat gucken können. Also ob wir das auch machen immer wieder. Wir gucken ja auf den Bildschirm, aber es ist halt nicht ein Chat-Bildschirm. Was meinst du da? Achso, der Fernsehbildschirm. Der Fernsehbildschirm steht ja vor uns, wo wir dann halt auch die Bilderrätsel sehen und sowas. Und wir gucken ja auch zu Leo und vor Leo ist der Bildschirm. Wenn wir zu Leo gucken, sieht das in dem Blickfeld so aus, als ob wir auf den Bildschirm gucken würden und könnten. Aber das ist nie passiert. Das kann ich versprechen. Nee, genau. Da wird nicht gecheatet. Da hätten wir selber auch gar keine Freude dran. Ich würde nur cheaten, wenn es dringend nötig ist. Dann aber besser, sodass es euch nicht auffällt. Ich habe ja zum Glück schon verloren. Das beweist das Gegenteil. Vielleicht, man könnte argumentieren, dass ich am ersten Mal gecheatet habe. Das war nicht meine Schuld. Das war... Tom, du wurdest auf jeden Fall gecheatet, aber nicht von mir. Ja, ja. Oh Gott. Aber damit wird es auch weitergehen. Das hatte auch keinen festen Release-Zeitraum, weil wir haben festgestellt, dass diese Planung auch ein bisschen schwer fällt, weil dieses Quiz war auch wieder so ein Fall von, wann genau kommt es. Und wir haben eigentlich schon im Herbst angefangen, damit zu planen. Und jetzt kam es halt dann halbwegs passend zu unserem neunjährigen Jubiläum. In der Woche, wo wir neun Jahre alt wurden, wo Hook neun Jahre alt wurde, hatten wir dann auch die Game Awards. Jetzt speziell zum Geburtstag kam nichts extra, weil das planungstechnisch einfach... Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Robben, aber ich glaube, dir geht es da genauso. Der Hook-Geburtstag schleicht sich immer sehr an. Ja, total. Das ist bei mir... Also, ich persönlich habe den auch gar nicht im Kopf, in der Form, dass ich mir jetzt halt... Ich habe da jetzt keine emotionalen Gefühle zu, tatsächlich an dieses Datum, meine ich, gekoppelt. War ich schon, ja. Ja, ich habe tatsächlich nicht. Also, ich habe das... Diese Gefühle habe ich einfach generell, wenn ich an die Zeit denke. Aber ich habe es nicht an ein festes Datum gekoppelt, tatsächlich bei mir. Aber ich denke, dass beim Zehnjährigen wird das anders sein. Beim Zehnjährigen sollten wir auf jeden Fall was machen, ja. Da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Ja, und die Streams gab es natürlich die ganze Zeit parallel und Time2Dry. Bei Stream Highlights habe ich mir so Sachen aufgeschrieben wie Testament, The Order of High Heaven. Den müsst ihr euch unbedingt angucken. Ich musste kurz überlegen, was du damit meinst. Ja, weil es ja auch ein Name ist. Also, der Steam Next Fest Stream mit Inquisitor war auch grandios. Das auch dann ja Anfang nächsten Jahres endlich rauskommt, wurde ja verschoben. Das müssen wir uns unbedingt irgendwie mit Leo damals angucken. Der Stream, in dem AirTwister vorkommt, der ist auch ganz hervorragend. Den habe ich gerade vorgestern verlinkt, weil die PR-Person, von der ich den Link bekommen habe, hat so eine ganz so Caution, Caution, Caution mit so roter Schrift oben. Suzuki ist aber auch schön. Mein Gott. Jupiter möchte sich alle Sachen angucken, die über sein Spiel gemacht worden. Könnt ihr uns bitte schicken, dann kann ich ihm einen großen Link schicken. Und da habe ich natürlich sofort gesagt, jawohl. Boah, sieht Yu Suzuki, wie wir AirTwister spielen? Das fände ich ja lustig. Das ist zumindest der Anschein, weil ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Links als Antwort er bekommen wird, weil es wirkte nicht so, dass wahnsinnig viele Leute Wir freuen uns so sehr über den Soundtrack. Richtig. Ich habe auch da drunter geschrieben, hier sind die Links. I promise you we sold some copies of at least the Soundtrack. Ich glaube, wir haben auch von der Collector's Edition ein paar verkauft. Das habe ich geschrieben, genau. Ich habe geschrieben I think we sold some copies of the Collector's Edition. Da hat er noch keine große Antwort bekommen. Awesome. Thanks. Vielleicht, also falls der die Ju demnächst mal bei uns anrufen sollte, dann liegt es daran, Tom. Das war wirklich großartig. An der Stelle geht unsere kritische Distanz dann flöten. Ich fand aber auch, dass dieser ganze Stream war toll. Auch dann mit Naruto, was total unterhaltsam war mit der deutschen Synchro, die so absolut furchterregend ist. Es war richtig gut. Ja, generell diese, also gab eigenartig viele so ich nenne es mal ein bisschen böse Trash-Streams, weil wir hatten ja auch Kong Skull Island, wir hatten Silent Hill Ascension und Walking Dead Destinies, alle relativ nah beieinander, alle sehr unterschiedliche Qualitäten, auf verschiedenste Arten, aber sehr unterhaltsam gewesen, die sich live mit euch anzugucken. Deswegen schaut doch mal auf dem Hooked Live YouTube Channel vorbei. Und dann hatten wir vor allem jetzt im Herbst so eine Welle an Reviews, die alle du gemacht hast, nämlich Assassin's Creed Mirage, Hellboy, Ghostrunner 2 und Ellen Wake 2 ist, glaube ich, alles irgendwie innerhalb von einem Monat oder so erschienen. Und das fand ich, also da hatte ich das Gefühl, hattest du sehr viel Freude dran. Mega. Irgendwie in meiner Wahrnehmung war das etwas, das dich da sehr erfüllt. Und Ellen Wake 2, ich weiß nicht, wie sehr du da drüber reden willst, was das da noch ausgelöst hat? Ja, inhaltlich muss ich da natürlich, muss ich da nicht drüber reden. Ich kann aber grundsätzlich sagen, das ist etwas, was halt sehr aus dem Final Fantasy Ding noch entwachsen ist, weil das ist ja auch wie, das ist ja das, was ich jedes Mal in diesem Podcast erzähle, was sich das Jahr in den Jahren durchzieht, der Versuch etwas nicht so langes zu machen und dann würde es immer länger als alles, was vorher passiert ist. Das ist jedes Mal so. Matrix war ja genau die gleiche Sache. Und da habe ich mir dann wirklich mal so gedacht, okay, jetzt mache ich einfach mal so ganz klassische YouTube Reviews und zum Beispiel für das Hellboy-Video, das ja irgendwie fünfeinhalb Minuten geht, da habe ich das Spiel einen Tag lang gespielt, habe am nächsten Tag das Ding, das Review geschrieben komplett und am nächsten Tag das Ding komplett geschnitten. Dann war es fertig. Dann habe ich es hochgeladen und das war es. Und das hat sich halt super gut angefühlt. Beziehungsweise ich habe sogar das Review geschrieben und aufgenommen am gleichen Tag, sogar noch, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war halt super befriedigend. Bei Ghostrunner war es ähnlich. Da hat das Spiel ein bisschen länger gedauert. Aber ansonsten, dieser Prozess lief da einfach so gut und hat mir sehr, sehr viel Positives gegeben und war so das, wonach ich seit Jahren gesucht habe, endlich mal kurze, bündige Kritiken zu machen. Und das ging natürlich dann bei Alan Wake nicht mehr so konsequent. Aber da habe ich mir auch nicht in der Konsequenz vorgenommen. Wenn ihr mal die Laufzeiten euch anguckt, Alan Wake ist doppelt so lang wie das nächste Lange, nämlich Assassin's Creed. Aber das wusste ich auch. Also als ich das gespielt habe, als ich da erst mal so früh den Key bekommen habe, also relativ früh, die kam nicht so früh, aber als ich die Möglichkeit hatte, es vor Release zu spielen, wusste ich sofort, okay, dazu mache ich hundertprozentig ein Video und ich spiele das jetzt den ganzen Tag und nichts anderes für die Woche und habe dann extrem viel Freude daran gehabt, dieses Video zu produzieren. Auch weil es mich ja auf diesen neuen Weg gebracht hat zur deutschen Lokalisierung, wo ich seitdem auch ein bisschen mehr Zeit mit verbracht habe. Einerseits, weil ich überlege und gerne vorhalte, da ein eigenes Video zu produzieren in irgendeiner Art und Weise, das sich mehr mit deutscher Lokalisierung befasst. Andererseits, weil ich seitdem tatsächlich auch viele Spiele mehr oder weniger auf Deutsch spiele. Also zumindest mal hinschalte und das ausprobiere und ich einfach ein Interesse dafür erlangt habe, das ich vorher gar nicht hatte, weil ich ja vorher gesagt habe, nee, ich spiele die Spiele auf Englisch und fertig ist. Und jetzt habe ich so eine kritische, ich will sie einordnen, weißt du? Ich möchte gerne wissen, okay, wieso sind diese Spiele so und diese Spiele so? Und das macht mir gerade auch Freude. Ich würde gerne diese Reviews bald, also ich habe so ein bisschen als Idee, das im Februar wieder zu machen, wenn diese, wenn wieder eine Release-Welle kommt, dann würde ich gerne auch wieder so zwei, drei Spiele rauspicken, womit das irgendwie klappt. Es ist aber auch sehr davon abhängig, wann wir halt einfach die Keys bekommen. Und in dem Fall war das Glück, dass es diese vier Spiele gab, für die ich jeweils vor Release die Keys bekommen habe, was mich dann halt extra dazu, einfach, das ist eine Motivationssache, ist es gar nicht unbedingt eine Sache, dass es ganz wichtig ist für uns, aber eine Motivationssache, das Gefühl zu haben, ich kann das zum Embargoende posten, das ist ganz cool. War bei Alan Wake ja auch nicht der Fall, Alan Wake kam deutlich später, weil ich einfach so viel Zeit in das Video gesteckt habe, aber es fühlt sich einfach gut an, wenn man zumindest die Möglichkeit hat, mit allen anderen zusammen sein Reviews zu veröffentlichen. Ja, ansonsten ist es halt, also gibt es sicherlich Leute, die sich dann fragen, wenn das geht, dass auch so schnell Videos entstehen können, warum macht ihr es nicht die ganze Zeit? Ich würde sagen, es geht halt nicht die ganze Zeit. Nee, es ist sehr, sehr fordernd. Also, naja, gut. Wir machen immer noch den Job, den wir halt machen, aber es ist einfach eine geistige Herausforderung von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten und da habe ich dann, ich glaube, es fällt schon auf, ich rede da ein bisschen weniger im Podcast über Spiele, einfach weil ich sonst halt nichts mehr groß spiele. Es leiden immer sofort andere Dinge ein bisschen mehr oder weniger da drunter und manchmal merkt man es, manchmal merkt man es nicht. Wir hatten da zum Beispiel Glück, dass es diverse Spiele auch für den Stream gab, die dann du mitgebracht mitbringen konntest oder Spiele, die man wunderbar ohne große Vorbereitung spielen konnte und die dann unterhaltsam waren, wie zum Beispiel Kong, Skull Island und das war dann halt eine positive Sache, aber es kann auch anders laufen und wenn ich das das nächste Mal, falls ich es nochmal mache, dass man dann voll merkt, ah, Robin hat jetzt einen Monat in vier Podcasts quasi nichts groß zu sagen gehabt, außer das, was er in den Reviews gemacht hat und das kann auch durchaus passieren. Naja, und es hängt ja auch von der Länge der Spieler ab, also sowas wie Hellboy oder Ghostrunner 2 sind einfach nicht so die Riesenspiele, da geht das dann auch vielleicht mal eher, aber ich meine auch so der Schreibprozess ist in dem geistigen Zustand dafür bereit zu sein, muss der auch erstmal sein und dann gibt es halt längere Projekte, die sich da vielleicht wieder dazwischen schleichen und bei mir war ja im letzten Jahr, also 2023 war wirklich privat zu großen Teilen scheiße, wegen der ganzen Wohnungssituation, weil die wirklich neun Monate oder so gedauert hat, eigentlich sogar länger. Währenddessen war kreatives Schreiben so richtig schwierig, aber ich war da ganz froh, dass wir dann andere Projekte hatten, wie Glover oder die GoTi-Videos oder so, das ist dann gar kein Problem und jetzt versuche ich da wieder hinzukommen, weißt du, dass ich auch mal wieder versuche, okay, ich will mal wieder ein Solo-Video, irgendwas schreiben und sonst irgendwie und merke, wie schwer mir das immer noch fällt, dass ich da nicht so richtig reinkomme und ich hoffe, dass das im nächsten Jahr, dass ich da wieder hinfinde, weißt du, dass das wieder geht, weil eigentlich will ich das auch, ich habe auch Spaß daran, mal ein kurzes Video zu machen, so ein Ding, wo du hast das Konzept eigentlich schon im Kopf, du musst es noch ausformulieren, ein bisschen recherchieren und das dann unterstützend mit reinbringen ins Skript und dann kannst du eigentlich in einer Woche ein Video draus machen, aber das ist die Theorie. Genau, das ist halt, wenn es Büroarbeit wäre, also ich will jetzt nicht mit anderen Arbeiten vergleichen, aber es gibt ja einfach kreative Arbeit und ich nenne es mal Akkordarbeit, ich habe diesen Unterschied ja selbst auch sehr gut an meiner eigenen Haut wahrgenommen und das eine kann man dann halt besser zu, egal, also das eine lässt sich einfach besser umsetzen, egal in welchem Geist du jetzt bist, weil das halt oftmals eine physische Arbeit einfach ist, wo du Prozesse wiederholen musst, während kreatives Schreiben einfach, also wenn du halt abgelenkt bist, geht es nicht. Nee, genau. Es geht einfach nicht. Oder es ist schlecht. Ich merke das ja, wenn ich jetzt den Podcast schneiden muss oder so, weil im Podcast-Schnitt gibt es jetzt relativ wenig kreative Arbeit, also da mache ich ja die Trailer als Unterlegung im Video, für die Videopodcast zumindest und das passiert relativ automatisiert, weil es halt ein Prozess ist, den ich schon tausendmal gemacht habe und die Goti-Videos sind dann quasi einen Schritt weiter, weil da gibt es dann kreative Arbeit, weil ich muss ja gucken, wie ich die Sachen so zusammenpasse, dass da ein Flow entsteht und dass das inhaltlich auch alles zusammenpasst. Das könnte man natürlich auch random machen, aber dann wäre es scheiße. Du bist, glaube ich, die talentierteste Person in Deutschland mittlerweile. Das wage ich zu bezweifeln. Also doch, auf diesem konkreten Gebiet mit diesem Zusammenschneiden von sechs Leuten, die alle eigene Sachen dazu sagen und da diese Throughline zu machen, wer macht das denn sonst mit Videos in der Form? Da gibt es das. RTL und Vox und Co, das sagen uns immer mal wieder gerne die Kritiker. Aber da ist halt einfach Thomas Herrmann, der sagt so, oh, das habe ich gespielt. Und dann sagt Habe Kerkling, oh, das habe ich auch gesehen. Das fände ich aber super, wenn man von denen dieses Videospielformat bekommt. Ja, ich will jetzt nicht spoilern, wenn wir so für Weihnachten dran haben, aber Thomas Gottschalk hat ja jetzt Zeit. Oh Gott. Ja, also danke für die lieben Worte, aber ich weiß jetzt nicht, wie es geht halt bei der Game Study Sachen, aber die machen das jetzt spezifisch auch eigentlich nicht mehr, oder? Nee, wüsste ich jetzt. Also bestimmt machen sie es ab und zu. Ich bin da jetzt nicht ganz hinter, aber ich bin da auch nicht komplett aktuell dabei. Aber ich finde es lustig, wie ab und zu gibt es mal diesen Kommentar. Also irgendwie alle paar Monate oder so. Kommt mal ein Kommentar unter diese Videos und beschwert sich, dass das doch eigentlich nur ein Vox oder Privatfernsehformat ist. Ich verstehe es ja auch, woher es kommt. Also wenn du einfach googelst und du kennst uns nicht und du kennst das nicht. Es ist ja auch so. Wenn du einfach nur das Format siehst und was man macht, man sitzt genauso da vor dem Spiel und redet so. Und da erwarte ich jetzt nicht von jeder Person unbedingt die kritische Analyse, dass sie die Unterschiede erkennt, weil auf den ersten Blick verstehe ich sehr, dass du das denkst. Ja, ich verstehe auch, woher es kommt. Natürlich, weil es ja einfach dieser optische Vergleich ist. Aber ich finde das interessant, wie sehr das drin ist, dass die Leute dieses Format sehen und denken, oh, das ist Privatfernsehtrash. Das ist Oliver Geissen, ja. Ja, genau. So nach dem Motto. Und das ist irgendwie, das ist so gecodet. Aber ich selber habe diese Verbindung gar nicht mehr, weil ich ja seit 2011 dieses Format mitproduziere oder Sachen in diesem Format produziere. Und ich habe es nicht aus dem Privatfernsehen, ich habe es von Video Games Live. So. Ne, von Awesome Video Games. So, die echten MVPs wissen nämlich Bescheid. Wo ich ja damals noch Frasier angeschrieben habe und gesagt habe, es ist okay, dass ich, dass wir was ähnliches machen. Ja. Also es ist schon wild. Naja, wird es auf jeden Fall noch weitergeben. Ich habe jetzt vergessen, wo wir vorher waren, aber ist auch egal. Ich glaube, du hattest angesprochen, die Reviews zunächst. Genau, die Reviews. Und ich bin nochmal auf die Umzugssache zu sprechen gekommen, will ich jetzt aber gar nicht so detailliert machen, weil ich da einfach nur mit Fazit sagen kann, dass es halt scheiße war und einschränkend, aber jetzt vorbei ist und ich sehr froh bin, dass es vorbei ist. Und ja. Lass mich kurz noch sagen, ich freue mich tatsächlich dann, dass die Reviews gut geklappt haben. In der öffentlichen Wahrnehmung. Das fand ich auch schön. Alan Wake ja auch im frühstelligen Klickbereich, was für uns ja schon ziemlich viel ist. Auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist halt ganz wichtig der Titel und das Thumbnail, wo du ja auch diesen Vorschlag gemacht hast. Ich habe dich gecoacht. Genau. Und das großartige ist Ghost Rider, nee, wie heißt es? Ghost Runner. Ghost Runner Thumbnail, das habe ich alleine gemacht. Da hat Tom nicht dran mitgemacht. Ich habe es heute sehr bereut, weil es so gut ist. Weil er es so gut findet. Ich finde es gut. Tom ja auch. Jedenfalls, das hat mich sehr gefreut, weil da war so wirklich die Intention ja bei Alan Wake auch so ein bisschen, okay, beim Schreiben, diese deutsche Lokalisierung beschäftigt mich. Und mein nächster Gedanke war danach. Und ich glaube, da gibt es nicht viele Leute, die da drüber aktiv sprechen. Und ich glaube, das wäre eine coole Möglichkeit, um da einen kleinen Fokus drauf zu setzen, um mehr Leute anzufixen auf den ersten Blick, um dem was Eigenes zu geben. Und das hat auch voll gut geklappt. Und das war das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich habe aber auch das Gefühl, dass der Qualitätsanspruch an die deutschen Versionen an vielen Stellen einfach sehr relativ gering zu sein scheint. Und es gab ja auch Gegenwind in den Kommentaren von dem Video, wo Leute gesagt haben, einerseits, wo Leute dich falsch korrigiert haben, was ich sehr lustig finde. Das ist aus diversen Male, ja. Wo man dann wirklich sieht, nee, nee, ist einfach nicht so. Robin kann besser Englisch als hier. Und dann aber auch Leute, bei denen du merkst, okay, die haben diese Wahrnehmung dann vielleicht nicht so. Ja. Und selbst da würde ich sagen, aber ihr habt trotzdem was Besseres verdient. Genau. Selbst wenn ihr es nicht wisst, weil ihr es halt immer auf Deutsch spielt und es gewohnt seid. Genau. Glaubt mir, wenn ihr ein Jahr lang mal bessere Sachen, nur Cyberpunk-Niveau von Lokalisierung bekommt, dann bemerkt ihr, wenn ihr plötzlich Alan Wake bekommt. Weil das ist halt das Ding, es gibt ja die guten deutschen Synchros. Und ich habe ja auch in den letzten Jahren hat sich das so entwickelt, weil in der Anfangszeit von Time to 3 und Hook habe ich auch das Meister auf Englisch gespielt. Und jetzt schalte ich gerne mal auf die deutsche Version. Mehr im Sinne von bei Textspielen, weil bei Sprachausgabe ist meine Toleranz noch mal geringer für mittelmäßige Sprachausgabe oder sowas. Aber gerade bei den Nintendo-Sachen oder so kriegst du in der Regel richtig gute deutsche Versionen spendiert. Hattest du ja auch gerade erst bei Super Mario RPG noch mal festgestellt. Und da ist es dann halt schön zu sehen, auch die Vergleiche zu sehen. Und manchmal gibt es sogar deutsche Versionen, die besser sind als die englischen. Gerade wenn es aus dem japanischen kommt. Was hast du da so als Beispiel? Ne, es gibt einfach einzelne Situationen in sowas wie einem Super Mario RPG, wo ich dann merke, okay, da sitzt der deutsche Witz gerade besser als der englische. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel. Die Spongebob-Sache, weil da hast du das auch häufig. Ja, also mir geht es ja auch bei Monkey Island zum Beispiel so. Da liebe ich ja sowohl die englische als auch die deutsche Version. Obwohl die englische die original Version ist. Aber manche Witze im Deutschen sind halt einfach trotzdem toll. Ja. Da wurden, da konnte man den original Witz nicht benutzen. Also hat man einen anderen Witz gemacht. Der andere Witz ist trotzdem toll. Ja. So, das passiert halt manchmal. Genau. Und das sind, glaube ich, so die großen Hooked-Videos gewesen. Bei Time2Dry gab es, wie gesagt, Glover. Zuletzt sind Atlantis und Link die Fratzen des Bösen gelaufen. Da möchte ich euch sehr darauf hinweisen, weil gerade Atlantis droht unterzugehen. Aber ist hervorragend. Das ist eines dieser Kryo Interactive, First-Person, Point-and-Click-Adventures. Das ist so absurd und bizarr ist in der Art und Weise, wie es sich erzählt und wie es Game Overs dir alle Nase lang vor die Füße setzt, weil es halt so gemacht ist, dass du halt, du kannst immer den dummen Weg gehen und der führt dann halt zu einem Game Over. Aber du kannst ihn trotzdem machen und das ist so lustig. Ja. Deswegen, das haben Leo und ich gespielt. Schaut da unbedingt mal rein. Und Link die Fratzen des Bösen ist natürlich auch, also toll würde ich es jetzt nicht nennen, aber es ist interessant. Wir hatten Dino Crisis 3 gespielt mit Björn, was super schön war, auch wenn es nur drei Folgen sind, aber trotzdem war es schön. Das waren drei sehr, sehr schöne Folgen mit einem sehr, sehr schönen Ende und unglaublichen zwei Anekdoten. Ich wollte gerade sagen, die Anekdoten von Björn sind der Hammer. Wir haben uns totgelacht, wirklich. Es war richtig, richtig das Gefühl, einfach mit so einer Gruppe von Kumpels dazusitzen und man hat sich lange nicht gesehen, obwohl, ja doch, wir haben ja Björn auch vor Jahren schon mal getroffen. Und das war ein richtig schönes, schönes Ding. Ich hatte auch das Gefühl, dass ihm das Freude bereitet hat und wenn wir näher beieinander wären, würde es das wahrscheinlich auch öfter geben. Wir hatten Parasite Eve, das haben Leo und ich nachgeholt und hatten da sehr viel Freude dran. Und es gab natürlich das zehn Jahre Time-to-3-Video, weil wir zehnjähriges Time-to-3-Jubiläum gefeiert haben, denn Time-to-3 gibt es ja länger als Hooked. Deswegen gab es da die zehn Jahre schon vorher. Da hat mich, dann fand ich sehr schade, dass es diese Tonprobleme gab, aber ich glaube, das Video ist trotzdem toll geworden. Ja, das hat keinen Einfluss auf die Qualität des eigentlichen Videos. Denke ich auch. Denke ich auch. Und das hast du ja auch größtens vorbereitet, das hast du vorbereitet mit den Videos und der Struktur und so etwas. Und das hat ganz, ganz super funktioniert und hatte ein paar sehr, sehr schöne Momente und war einfach schön, diese Rückschau gemeinsam zu machen. Ja, fand ich auch. Fand ich war voll cozy, da zusammen zu sitzen und da nochmal das ganze Revue passieren zu lassen. Und euer Feedback war da auch total schön zu sehen, weil da gibt es ja dann die Leute, die nochmal zusammenfassen, was ihnen Time-to-3 bedeutet und so. Das ist so wholesome, sowas zu lesen. Ihr hattet neulich ja bei den Ratschen eigentlich aus einer anderen Motivation entstanden, aber ihr hattet eine ähnliche Situation, wo halt Leute nochmal geschrieben haben, ey, was bedeutet mir dieser Podcast? Wir haben einfach den Leuten die Pistole auf die Brust gar nicht über das machen müssen und gesagt, sagt uns, dass wir gut sind oder wir hören auf. Und es hat gut geklappt. Ja, es hat gut geklappt. Und dann habt ihr noch die Folge bekommen, in der ich ausführlich über meinen Penis gesprochen habe. Also das hat für alle Leute gut funktioniert am Ende. Außer vielleicht, also für die Leute, die mich nicht über meinen Penis reden hören sollten. Aber wer in interessieren die Leute? So, gute Strategie auf jeden Fall. Sollten wir uns für Hooked abgucken? Oh ja, also falls ihr mehr bei Hooked über meinen Penis hören wollt, das Auslagern von den Ratschenen hierhin, müsste man Tom von überzeugen und dann können wir das auch machen. Okay, und ich glaube, für den Rückblick reicht das eigentlich? Ich denke auch. Mit der Holy-Partnerschaft läuft auch alles gut. Das kann man aber wirklich mal betonen, das läuft halt wirklich super. Da sind wir sehr, sehr happy mit. Wir haben knapp zehn Jahre diese Unternehmensgeschichte damit verbracht, einen Sponsor zu suchen, der vielleicht mal auch ein bisschen länger mit einem zusammenarbeitet und wo man die Community gut, wo die Community begeistert von ist oder was sie gut findet. Man soll es jetzt auch nicht über Wert verkaufen. Es ist halt eine Sponsoring, die euch gut gefällt. Und das ist aber, ich finde, das ist ja alles von einem Sponsoring sich erhoffen kann. Und das läuft halt auch für uns gut und das ist für uns so eine der ersten Male, auf dieser Ebene, dass so etwas so gut läuft. Und das freut uns sehr. Das freut uns wirklich sehr. Ja, es ist gar keine Selbstverständlichkeit, weil wir halt nicht das Riesenmagazin sind. Und ich meine, wir haben es schon probiert mit Podcast-Vermarktungsfirmen und so. Und wir haben früher wirklich so viel Zeit da reingesteckt. Das ist jetzt ja wirklich schon lange her. Ja, aber auch, nee. Also klar, ich weiß, was du meinst. Diese Sachen, wo wir wirklich Klitsch produziert haben. Videos gedreht haben und so. Aber auch in den letzten Jahren haben wir Zeit reingestellt, weil wir halt Gespräche hatten, weil ich irgendwie Statistiken zusammensuchen muss im Quartalsmäßig, um das der Vermarktungsfirma zu geben und nichts ist daraus entstanden. Und mehrere. Also wir sind ja bei mehreren Podcast-Vermarktern bereits gewesen. Und das ist frustrierend, weil so kleines Hooked dann auch nicht. Der Podcast Hooked auf einmal läuft. Das ist ja so ein bisschen unser Aushängeschild. Das ist auch sehr, sehr hilfreich einfach, wenn man Firmen anschreibt für Kies oder so etwas. Das ist halt, wenn man halt so einen Podcast hat, wo dann doch so viele Leute zuhören, dann hat man da wirklich was Cooles in der Hand. Und Leute schicken ihm dann natürlich auch gerne Kies zu, damit man es bespricht. Und ein Podcast ist ja auch etwas Niedrigschwelliges, wo man ja sehr einfach eine Besprechung mit dem Spiel darüber machen kann. Und das überrascht mich auch immer noch bis heute, dass wir da, also nicht wir, sondern dass die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, es noch kein einziges Mal geschafft hat, da auf Dauer was zu basteln, sondern es immer von uns ausging, sowohl mit NordVPN als auch mit Holy. Das verwirrt mich, weil das muss besser, also ich bin davon überzeugt, dass wir einen Podcast haben, den man super vermarkten könnte an die richtigen Firmen. Aber vielleicht bin ich dazu sehr Anfänger und zu, wie, was ist das Wort? Ja, wir kennen uns ja jetzt auch nicht mega gut aus, Amateur oder was suchst du gerade? Vielleicht bin ich dazu naiv, war das Wort, was ich suchte. Vielen Dank. Ich glaube, das sind dann vielleicht auch einfach die Zahlen, die, wo die Leute noch mehr haben wollen oder keine Ahnung, weil Podcasts sind ja nun mal sehr durch die Decke gegangen im letzten Jahrzehnt. Ja, aber es ist nicht so, dass es, also selbst ohne Sponsor würde es ja laufen, aber es ist, einen Sponsor zu haben und dieses zusätzliche Einkommen zu haben, erleichtert einen viele Dinge noch mal mehr, weil wir ja dann beim Quiz zum Beispiel einen Leo auch mal bezahlen können für das, was er tut, was wir auch super gerne machen. Oder einen Nick oder mal Equipment sich aufzubessern oder sonst irgendwie hier im Studio mal Sachen neuer zu machen. Und auch das Equip, was wir zu Hause haben, weil wir ja teilweise auch aus dem Homeoffice ausarbeiten, zu verbessern. Und das ist halt super. Ja. Ist einfach toll. Okay, dann soll es das erstmal gewesen sein mit dem Rückblick. Und ich denke, wir können zu den Fragen kommen, Robin. Angefangen mit denen, die es über Patreon und Steady gab. Da haben wir dieses Mal nicht so viele. Deswegen kommen, denke ich mal, auch ein paar von YouTube ran. Wir fangen aber an mit Lila in die Attic. Wie geht ihr mit der unterschiedlichen Realität eurer Zuhörer in Bezug auf Spielekonsum um? Ihr gebt ja, wie ich lobend erwähnen will, meistens sehr persönliche Einschätzung. Trotzdem ist es natürlich ganz unterschiedlich, wie Menschen Preise einschätzen, welche Konsolen sie haben und welche Features ihnen wichtig sind. Ich habe zum Beispiel keine Current-Gen-Konsole, kann mir Vollpreisspiele wegen eher geringem Gehalt und anderen Hobbys quasi nie leisten und habe einen Full-HD-Fernseher, der von einem Smart-TV nicht weiter entfernt sein könnte. Sind euch die Unterschiede der Interessen bei der Aufarbeitung von Themen präsent? Geht ihr von einem gewissen technischen Standard in der heutigen Zeit aus? Ich finde es total okay, dass ihr über viele Dinge redet, die mich nicht betreffen. Aber wo zieht ihr die Grenze? Gerade weil ihr ja oft Spiele gestellt bekommt, habe ich mich auch schon oft gefragt, ob ihr ein realistisches Bild davon habt, was andere spieleinteressierte Menschen so ausgeben oder ausgeben können. Eure Gedanken würden mich sehr interessieren. Also daran denken tue ich öfter. Es ist nicht so wirklich relevant für die alltägliche Arbeit, würde ich sagen. Weil, also ich stelle mir das so vor, wenn wir im Podcast über, weiß ich nicht, ein Dutzend Spiele in einem Monat sprechen, dann weiß ich, dass niemand an diesen ganzen Dutzend Spiele einzeln interessiert ist. Aber die Hoffnung ist, dass du vielleicht zwölf Leute hast, die jeweils ein Spiel davon spannend finden. Das ist die, dass du mit, wenn du irgendwie über Avatar oder Far Cry sprichst oder so, hast du halt die Leute, die die Mainstream-Games spielen, die daran interessiert sind. Aber wenn ich dann über Chance of Senar spreche, hast du eben auch eine ganz andere Spielergruppe damit angesprochen. Und ich glaube, da haben wir einfach Glück bei unserem Spielegeschmack, weil wir da sehr abwechslungsreicher sind und weil wir sowohl die großen AAA-Spiele mögen, obwohl Leute mir auch das Vorbild, glaube ich, eher würden, dass die sind die von Sony und auch die von Microsoft in letzter Zeit und manchmal auch Nintendo. Aber sonst magst du die alle. Das ist dann so, dass wir, glaube ich, das Glück haben, dass wir eben auch einfach in unserem Interessengebiet viele Spiele sind, die jetzt nicht die technologisch anspruchsvollsten sind. Und gerade im Indie-Bereich viel passiert, die man mit einem Gaming-Laptop oder einem schwächeren PC und Steam bereits super wunderbar spielen kann. Oder sogar eine PS4- oder Xbox One-Konsole. Ich kann aber nicht sagen, dass es sehr aktiv in die Besprechung von meinen Spielen sonst reingeht. Nee, ich glaube, in die Besprechung auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass wir den Preis oft mit einbringen und erwähnen und auch kontextualisieren, weil es schon ein Bewusstsein ist. Und ich glaube, wir haben jetzt nicht das abgehobenste Mega-Gehalt, das wir hier monatlich verdienen, dass wir jetzt irgendwie den Bezug zur Realität dahingehend verlieren. Und ja auch plattformübergreifend, wie du sagst, alles uns eigentlich angucken, was uns halt interessiert. Und dann versuchen, das halt auch einzuordnen, weil wir ja privat immer noch für Spiele oder spielähnliche Sachen Geld ausgeben. Und wir kriegen zwar diverse, zu diversen Spielen und auch zu vielen Spielen Codes, aber halt nicht zu allen. Und viele Spiele kaufen wir uns dann halt auch über die Firma. Aber es ist ja trotzdem unser Geld, das wir dafür ausgeben und wo wir einschätzen müssen, okay, wie viel lohnt sich das jetzt? Wie viel Geld können wir da ausgeben und so was? Deswegen, das ist schon im Bewusstsein. Jetzt nicht unbedingt bei der direkten Besprechung, weil man jetzt nicht immer im Kopf hat, ja, ist das jetzt auch jeden Cent wert, den man dafür vielleicht ausgegeben hat oder so was. Aber gerade zum Beispiel, wenn so Remasters oder Remakes rauskommen und wir dann merken, ja, okay, wir wissen so ungefähr, was hier dran gemacht wurde. Wir wissen so ungefähr, was hier drinsteckt. Und dann soll man einen Vollpreis dafür bezahlen. Also ihr hört ja öfter mal so Sachen wie, ja, wenn es in einem Sale ist, guckt es euch mal an. Ja. Ich erinnere mich gerade daran bei Walking Dead Destinies, dass wir da das gerne, oder ich das vor allem gerne im Stream spielen wollte mit dir. Und ich hatte da am Tag zuvor einen Key angefragt, aber keine Antwort bekommen bisher. Und das hat ja 50 Euro, glaube ich, gekostet. Ich bin hundertprozentig sicher. Und da haben wir halt wirklich gewartet quasi bis zur letzten Sekunde, ob das wirklich nötig ist. Und da kam dann tatsächlich auch irgendwie ein, zwei Stunden vorher der Key an, den wir dann einlösen konnten. Und da denken wir dann schon drüber nach. Und ja, ich glaube vor allen Dingen einfach daher, dass, wie du sagst, wir jetzt auch kein Mördergehalt verdienen und vermutlich auch nicht so weit entfernt von dir sind, ohne dass ich da jetzt sehr, sehr mir anmaßen will, so abzuschätzen, was du verdienst. Können wir nur spekulieren an der Stelle. Genau. Da haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für, auch wenn natürlich dadurch, dass wir so viele Spiele einfach kostenlos bekommen, da in einer sehr, sehr privilegierten Situation sind, die wir einfach versuchen, uns immer wieder klarzumachen. Privilegiert und überwältigend, weil es ja so viel Stuff ist. Wir spielen ja sehr viele Spiele an, auch einfach nur, und berichten dann über Ersteindrücke oder erweiterte Eindrücke, was ich trotzdem wertvoll finde, weil man halt ein breites Spektrum abdecken kann und, glaube ich, dann mehr oder ziemlich viele Leute mit abholt. Und wie Robin am Anfang gesagt hat, wir reden halt nicht mit der einen Person, die alles hat, sondern mit ganz vielen verschiedenen Personen. Und das ist uns schon bewusst. Genau. Also ich fände es total komisch, wenn alle Leute so einen Spielekonsum haben wie wir. Ja, das gibt es sehr selten. Weil das ist auch manchmal belastend. Und das mit dem Full-HD-Fernseher finde ich auch interessant, weil ich habe ja bis vor kurzem auch nach dem Umzug dann eine ganze Weile auf einem Full-HD-Fernseher gespielt, aber auch kein Smart-TV. Und einfach nur festgestellt, wie schnell man sich an sowas eigentlich gewöhnt. Also dann gucke ich da auch nicht mehr drauf. Wenn ich dann wieder wechsle auf einen Smart-TV oder auf eine jetzt, ich habe mir halt gerade in der Black Week im Herbst einen OLED geholt zum ersten Mal, einen OLED-Fernseher. Und das ist halt ein mega Unterschied. Ja. Und das weiß ich dann auch zu wertschätzen. Und das ist etwas, das ich cool finde. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich vorher dachte, oh Gott, die Spiele sehen scheiße aus oder sowas. Weil gerade so Spiele wie Switch-Titel oder so profitieren vielleicht sogar eher davon, weil wenn du die an einen 4K-Fernseher anschließt, dann skaliert der Fernseher die ja hoch auf 4K. Und das sieht meistens weniger gut aus als ein natives Display, was jetzt nativ die 1080p darstellt. Wobei da glaube ich die Größe dann noch relevanter ist. Auf jeden Fall. Größe und Abstand zum Fernseher. Wenn du halt einen 65-Zoll-Fernseher hast, wo dann fucking Xenoblade 2 draufgezogen wird, das ist dann keine so große Freude. Also ich habe jetzt einen 48-Zoll-Fernseher. Und ich meine, ich habe tatsächlich neulich nochmal Xenoblade Chronicles 3 angeschmissen, wegen Avatar, weil ich da einen Vergleich machen wollte. Verständlich. Das ist auch, das ist sehr blurry. Was dem Spiel der Faszination jetzt keinen Abbruch tut, aber man merkt einfach diesen Unterschied. Okay, dann machen wir weiter. Danke für die Frage. Vielen Dank für die Frage. Dann machen wir weiter mit Ferdinand. Zu welcher Spieleempfehlung habt ihr mal von einer oder mehreren Personen den übelsten Gegenwind bekommen, nachdem diese das Spiel angespielt haben und absolut gar keinen Spaß hatten? Dabei geht es mir sowohl um Privatpersonen als auch Community-Reaktionen, was euch eher einfällt. Meistens sind eure Spieleempfehlungen ja top, aber mir ist es auch oft passiert, dass ich Freunden mal was empfohlen habe, was sie dann doch nicht so schätzen konnten wie ich. Ich persönlich danke euch für die kontinuierliche Lobpreisung von Silent Hill 2, da ich erst speziell durch eure Erwähnung die Motivation bekommen habe, mir das Spiel und eine PS2 zu kaufen. Das war die beste Horror-Erfahrung meines Spielelebens. Und ich schloss danach auch Silent Hill 3 und sogar Teil 4 in mein Herz. Umso härter ist es gewesen, als bei keinem meiner horror-affinen Freunde das Spiel das gleiche bewirkt hat. Die haben es entweder weggelegt, weil es zu alt ist oder weil sie die Silent Hill-Filme von der Story und dem Horror her lieber mögen. Ich war schockiert. Was mich schockiert in dieser Formulierung ist die Silent Hill-Filme. Filme! Im ersten Teil, also da gibt es ja immer mal wieder, dass da Leute sagen, und ich verstehe das irgendwo, aber Revelations, Revolution, wie ist eine zweite Teil nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Den damit zu inkludieren, das ist schon ziemlich, ziemlich crazy. Das ist eine gute Frage. Also ich habe das privat immer mal wieder, einfach weil meine Partnerin und ich recht unterschiedlich sind. Revelations. Revelations. Vielen Dank. Wir haben ziemlich unterschiedlichen Spielengeschmack. Wir finden uns sehr zusammen so beim Filmen und Seriengeschmack, aber was wir wirklich selber spielen, da sind wir sehr unterschiedlich tatsächlich. Das heißt, da weiß ich schon meistens, dass Empfehlungen da nicht wirklich zutreffen. Mal Ausnahme von, als Paldus G3 rauskam, habe ich halt gesagt, so ey, das solltest du mal anwerfen. Das könnte was für dich sein und dann sechs Monate später spielt sie es immer noch. Das hat gut geklappt, aber ansonsten passiert es da recht häufig, beziehungsweise immer mal wieder, dass sie das auch mal probieren und sagen, so ja, hm, keine Ahnung. Oder manchmal passiert es auch, dass es auch auf starke Ablehnung trifft, aber ich bin dabei, ich habe da sehr aktiv dran gearbeitet und bin da mittlerweile sehr gut drin, dass ich mich da nicht wirklich versuche negativ, also dass ich quasi keine negativen Gefühle empfinde, wenn eine Person meiner Empfehlung nicht folgt oder wenn sie einfach nicht, die Person nicht das mag, was ich mag. So, das ist fein und natürlich hilft es da natürlich, wenn man jemanden hat, mit der man einfach auch gut über die kritischen Vor- und Nachteile sprechen kann und dann wiederum macht es sogar richtig Spaß. Also wenn man dann einen Film nicht mag und die andere Person mag den Film, dann können da halt richtig tolle Gespräche draus entstehen auch. Bei meiner Freundin ist das gar nicht so unähnlich, weil sie spielt gerne systemische Spiele, Spiele, die jetzt nicht groß Story haben, die jetzt nicht einen groß aufhalten, sondern wo man sofort aktiv ist. Ja, exakt. Und trotzdem funktioniert es dann manchmal, dass ich mit Spielen durchkomme, wo ich gesagt hätte, okay, da weiß ich gar nicht, ob ihr das liegt oder so. Und da war ich bei Yakuza dabei, wo wir dann Yakuza Zero gespielt haben und Kiwami, so ziemlich direkt hintereinander. Und das hat ja halt voll Spaß gemacht, also auch diese Minispiele da zu spielen, wo du dich ja auch richtig reinfuchsen kannst. Dieses AC-Spiel in Kiwami hat sie mega viel Zeit mit verbracht. Und das ist dann schön, aber bei anderen Spielen, die dann ähnlich sind, funktioniert es halt gar nicht. Und ich bin dann auch so, dass ich dann nicht denke, schade oder blöd oder so, sondern finde es einfach nur interessant. Ja. Und man probiert es halt aus. Und bei der Community habe ich das Gefühl, es ist immer eher andersrum. Also es gibt sehr viele Spiele, die ihr mögt, die wir doof finden. Also ich habe eine Sache. Habe ich das Gefühl. Mir fällt eine Sache ein und das gilt aber nicht nur für unsere Community, sondern allgemein, das ist Halo 5 bei mir. Weil ich habe ja, ich finde ja, die Halo 5 Kampagne ist eine richtig gute Videospielkampagne. Und da bin ich ja sehr, schwimme ich ja sehr gegen den Strom. Was in meinen Augen immer so ein bisschen daran liegt, dass halt die Geschichte scheiße ist und die Charaktere scheiße sind, wo ich ja zustimme. Da sind aber auch spielerische Elemente drin, die nerven. Das auf jeden Fall. Aber ich, größtenteils hatte ich da große Freude dran und habe das ja in meinem Review dann auch verlautbaren lassen. Beziehungsweise auch in meinem Infinite Review dann nochmal gesagt, warum mir 5 dann im Vergleich ganz gut gefallen hat. Im Vergleich zu Infinite finde ich 5 auch viel besser. Ja, genau. Ich glaube, das wird dann auch sehr davon so bei mir gecolort, dass ich das dann rückblickend nochmal ein bisschen besser finde. Aber da habe ich so das Gefühl, dass da viele Leute eher enttäuscht von sind und nicht so wirklich meiner Empfehlung folgen konnten. Und dann gibt es natürlich auch sowas offensichtliches wie Deadly Premonition 2, wo ich ja weiß ... Genau, da weiß man es aber vorher schon. Also da ist es dann so ein Ding, wo man denkt, ja, okay, hat man jetzt kommen sehen. Aber ich habe eher das Gefühl, es passiert andersrum. Also den größten Gegenwind kriegt man eher, wenn man Sachen kritisiert. Und dann kommen die Leute, die sagen, ja, aber ... Du magst doch XY. Es ist entweder, du magst doch das, wie kannst du jetzt das nicht mögen? Und es ist, alle anderen mögen es doch auch. Guck mal auf die anderen Reviews. Und es sind beides so Non-Argumente. Ich kann das zweite Argument kann ich irgendwie mehr besser abhaken, weil ich denke mir halt so, ja, okay, du hast da keine Sekunde darüber nachgedacht und du kommst jetzt von irgendwo, it's fine. Dieses, aber du magst doch XY, beweist ja, dass du schon öfter zugehört hast. Ja, ja, ja. Und dann zu bemerken, weil das ist wirklich der Tod des kritischen Denkens, dieses Argument. Das ist, also da weiß ich nie, wo ich anfangen soll und aufhören soll, weil ich mir so direkt einen Hals bekomme. Ich denke, das ist doch so offensichtlich ein Schwachsinnse-Argument. Und so funktionieren Menschen nicht, dass du das auf eine Skala legen kannst, auf eine Skala einfach so sortieren kannst. Das fixt mich an. Da muss ich sagen, da werde ich jedes Mal kitzelt mir in den Finger. Sag das den Leuten nicht. Da gibt es jetzt Leute, die wissen das. Aha, ich habe etwas. Aber dann ist das offensichtlich, also ich finde es dann aber auch offensichtlich, wenn es Leute schreiben, um zu ärgern, damit bin ich fein. Aber diese ehrlichen Leute, die sagen, oh, Spider-Man, aber Assassin's Creed. Das ist ja bei mir immer, aber Assassin's Creed. Also man muss auch sagen, die Leute, die damit am extremsten ankommen, wo du das Gefühl hast, da gibt es auch so eine Unbelehrbarkeit, die haben sich dann tatsächlich teilweise als unbelehrbar herausgestellt und dann teilweise auch mit sehr idiotischen Kommentaren entlarvt und die seht ihr dann vielleicht auch gar nicht mehr. Die sehen weder wir noch ihr noch und sie posten seit Jahren fröhlich unsere Videos und fragen sich, warum keiner darauf reagiert oder es liked. Hoffe ich. Das ist meine Wunschvorstellung. Ich glaube, die posten gar nicht mehr. Ich meine, man sieht es ja eigentlich nicht, wenn man heidet einfach nur. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, so verstehe ich das. Nun gut, wir haben noch eine Frage von Armin, nämlich Robin hat im Game Awards Stream dubiose Verbindungen von Owlcat Games, ach siehst du, da ist das auch mal, zu politischen Funktionären Russlands angesprochen. Könntet ihr das noch mal etwas näher ausführen? Teile und schätze eure Meinung zu solchen Themen immer sehr und habe bei eigener Suche nur einen toxischen Reddit-Thread gefunden, der mir dann die Lust auf weitere Recherche verkrämt hat. Da hatte ich ja auch direkt schon geantwortet, da drauf mit den paar Links, weil... Ne, das war nochmal ein anderer, glaube ich. Du hattest auf YouTube geantwortet, ne? Genau. Das hier ist von Steady gewesen. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob Armin das dann noch mal auf YouTube geschrieben hat, das kann sein. Das dachte ich jetzt, dass es gleich von dem Kommentar war, aber sicher bin ich mir auch nicht. Jedenfalls unter den Game Awards Stream dem entsprechenden wurde das auch gefragt und da habe ich dann auch noch mal geantwortet, um es kurz zusammenzufassen, ohne die Quelle jetzt vor Augen zu haben. Es basierte hauptsächlich auf einem Twitter-Thread von einer Person, die sich offensichtlich dem sehr verschrieben hat, dagegen vorzugehen oder beziehungsweise die öffentliche Wahrnehmung dazu zu ändern und ist auch kein besonders toll geschriebener Thread, aber davon unabhängig habe ich mir dann einfach die Quellen halt angeguckt, die diese Person gepostet hat und da sieht man halt, dass es A, die nicht nur Ähnliches, sondern es halt sogar die gleichen Geldgeber gibt und gab hinter Oldcat, wie es auch bei Atomic Heart dabei war. Also so Investmentfronts, die ja auch Verbindungen zu der russischen Regierung haben. Es ist halt eine russische Firma, wo es dann auch unmittelbar nach der Invasion quasi einen Umzug gab. Jetzt sind wir in Zypern, aber alle unsere Stellenausschreibungen sind immer noch in Moskau. Komisch. Und zusätzlich gab es dann halt einfach Twitter-Kommentare, die auch teilweise Jahre alt waren, von heutigen Hohentieren hohen Tieren bei Owlcat, die halt einerseits Slurs benutzen für Ukrainer und andererseits, und das ist dann wirklich jetzt knapp zehn Jahre her, also kurz nach der Annektierung der Krim, die dann direkt nach der Annektierung, ich glaube zwei Monate waren das oder so, nach Leuten gesucht haben, die auf der Krim für sie ein Büro besetzen würden. Besetzen ist ein sehr passendes Wort, um, dass sie dort aufmachen wollen. Also eine offensichtliche Zusammen-, also eine Wahrnehmung der Chancen, die durch die Invasion und der Annektierung geschahen und dann auch auf der, ja auf der Geistesebene offensichtlich eine geistige Verbindung, wenn man sich die Slurs anguckt und das war ein bisschen, ist ein bisschen undeutlich und hat auch keine Lightraction bekommen, weil diese Person übersetzt zum Beispiel auch die Tweets nicht. Sie schreibt halt, hier wird das und das gemacht und dann hat sie einfach vier Bilder von Tweets auf Russisch und dann muss man jetzt hier halt einfach glauben und das, die meisten Leute sagen, äh, aber was ich halt gemacht habe, ich habe die halt übersetzt, du kannst ja auch mit Google Lens, der kennt ja den Text mittlerweile und dann kannst du das übersetzen lassen und dann wiederum musst du googeln, okay, was davon ist jetzt ein Slur? Also das ist schon ein bisschen Eigenrecherche, die man da reinstecken muss, deswegen verstehe ich sehr, dass da keine Geduld für da ist beziehungsweise es auch einfach aufgrund des Threads alles ein bisschen sehr vage und weird wirkt, aber beim Nachrecherchieren der Quellen wirkte das auf mich überzeugend und korrekt, was dort behauptet wurde, zumindest in diesen Punkten und deswegen, das war das, was ich in dem, in dem Thread meinte. Und das hattest du auch nochmal in dem Kommentar unter den Game Awards gepostet. Genau, und da habe ich auch diesen Twitter Thread verlinkt und da gehe ich ein bisschen mehr ins Detail. Also da könnt ihr auch nochmal nachgucken. Okay, und Outcat für die, die es vielleicht nicht vor Augen an waren, die, die jetzt Warhammer 40k Rogue Trader machen und vorher haben die Pathfinder gemacht. So, wir haben jetzt noch ein paar Kommentare von YouTube. Da jetzt bitte nicht wundern, die sind teilweise schon sehr alt, weil die nicht nur vom letzten Feedback Podcast sind, sondern auch vom Feedback Podcast davor. Die habe ich halt nie rausgelöscht, weil ich mir dachte, irgendwann können wir die nochmal beantworten und ich glaube, sie sind immer noch relevante Fragen, die man beantworten kann. Wookie Boy fragte einst. Könnt ihr euch vorstellen, dass Russland die Ukraine hat? Oh je. Nein, es geht tatsächlich um Videospiele. Dass Xbox bereits seit einigen Jahren große Probleme mit seinen Entwicklungsstudios und damit folglich mit seinen Exklusivtiteln hat, ist undängst bekannt. Klar, es gibt immer wieder Positivbeispiele und Überraschungen, wie zuletzt HiFi Rush oder Pentiment. Insgesamt ist der Zustand der Xbox Game Studios nichtsdestotrotz ein düsterer und selbst die Studios, die in der Vergangenheit noch mit Hits beziehungsweise zumindest ganz guten Spielen glänzen konnten, das mittlerweile seit vielen Jahren auf sich warten. Rare fünf Jahre, Machine Game sechs, Ninja Theory sechs Jahre, Coalition vier Jahre, Compulsion fünf Jahre. Oftmals ohne ein Ende in Sicht. Meine Frage an euch ist also eine einfache, hat Xbox ein Phil Spencer Problem? Dass dieser sehr gute Dinge für Xbox und die gesamte Industrie mit in die Wege geleitet hat, Game Pass, Abwechslung, Kompatibilität, mehr Accessibility, steht außer Frage. Unter dem Strich hat aber auch er es in seinen mittlerweile über neun Jahren in der Chefposition nicht geschafft, Xbox wieder in die Vorreiterposition der 360-Tage zu bringen, geschweige denn Xbox eine Identität über Halo, Forza und Gears of War hinaus zu geben. Ich bin sehr auf eure Meinung gespannt, macht weiter so und habt eine schöne Woche. Aktueller denn je eigentlich diese Frage. Ja, durch Forza unter anderem. Durch Forza, aber auch durch mittlerweile veröffentlichte Zahlen so zu den Verkaufszahlen der Konsolen in den jeweiligen Ländern, weil Xbox jetzt halt gerade schlechter darstellt als je zuvor. Also es ist so, wenn Xbox, ich habe jetzt leider die konkrete Zuordnung, was jetzt in Frankreich und was in Spanien, was in Brasilien war, die habe ich jetzt gerade nicht vor Augen, aber es war halt fast bei jedem dieser Dinger so, dass quasi Playstation immer irgendwie mit 80 zu 20, wenn man jetzt mal nur die 2 zählt, geführt hat, also mit Abstand und mittlerweile ist es dann meistens eher, dass es entweder 90 zu 10 oder sogar teilweise so 95 zu 5 ist, also dass die Xbox-Plattform quasi verdrängt wurde völlig vom Markt in den letzten 10 Jahren. Die Konsole, genau. Weil nach Xbox ist ja Xbox nicht mehr die Konsole. Das stimmt, wir reden, das ist wieder eine andere Geschichte, wir reden über die Verkäufe der Konsolen, ganz genau. Und ich bin da absolut, bei Wookie. Ich finde, dass Phil Spencer da aufgrund seiner sehr, 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 sehr guten PR und aufgrund dessen, dass er halt ein überzeugter Gamer ist, was ja auch der Fall ist, und das freut uns natürlich auch alle, er kommt da gut weg in der PR, beziehungsweise in der öffentlichen Wahrnehmung, habe ich auch das Gefühl, weil irgendwie auf die Xbox One beziehen, kannst du dich mittlerweile nicht mehr. Du kannst den aktuellen Status von Xbox nicht mehr damit begründen, ja, aber die Xbox One-Reveal war ja scheiße. Stimmt, aber seitdem geht's euch noch viel schlechter und seitdem verkauft sich eure Konsole noch schlechter und die Xbox Series läuft schlechter als die Xbox One und da kann man jetzt natürlich, und ich hab das Gefühl, dass sie das machen, halt ganz sagen, ja, aber Konsolenverkäufe sind uns ja auch egal. Aber ich glaube nicht, dass die Konsolenverkäufe denen egal sind und deswegen diese wenige Konsolen verkaufen, sondern ich glaube, dass die wenige Konsolen verkaufen und deswegen gesagt haben, ja, Konsolenverkäufe sind uns sowieso egal. Und wenn die das umdrehen würden, dann würden sie wieder sagen, aha, guck mal, wir haben übrigens so und so viele Konsolen verkauft, ist das nicht toll? Ich finde auch, der macht einen furchtbaren Job. Also, ich bin da ganz krass mittlerweile. Ich hab dem, ich bin, ich mag den immer zu sehen auf der Bühne und freue mich und denke, der ist sympathisch, aber wenn ich mir angucke, bei keinem anderen Entwickler, bei keinem anderen großen Firma werden First-Party-Studios in dieser Art mismanaged, wie hier. Und ich will dann halt sagen, okay, aber das ist ja 3-4-3s Management schuld und das ist ja Turn-10s Management schuld und das ist ja Wears Management schuld. Aber wenn all diese Entwickler immer die gleichen Probleme haben, nämlich Spiele werden immer wieder rebooted, die ganzen Entwickler werden immer durchgemischt, du hast nie lang anhaltendes Institutional Knowledge, wie man das sagt, also institutionelles Wissen, was sich einfach verfestigt im Entwickler, wofür Nintendo so wahnsinnig bekannt ist, dann gibt's halt einen Verbindungspunkt zwischen diesen ganzen Studios und das ist die Management-Ebene von Phil Spencer, von Xbox, die halt bei Phil Spencer endet und das geht mir mittlerweile übelst auf den Sack und halt zu sehen, dass die selbst schaffenden Forza Motorsport mit dieser Art und Weise zu verkacken, dass du dir da denkst, wie kann das denn in dieser Form schief gehen, ohne dass das Spiel ja furchtbar ist, aber auf so vielen Ebenen, das macht mich fertig, ganz ehrlich. Ja, man merkt auch, dass da so eine gewisse Leidenschaft dahinter steckt inzwischen, mir geht's aber ganz ähnlich, weil ich finde diese Sachen wie die Abwechskompatibilität und auch Game Pass sind ja aus der Position entstanden, dass sie gemerkt haben, okay, konsolentechnisch kommen wir gerade nicht ran und dann gibt's diese Alternative und das wiederum wird jetzt zu einer Identität von Xbox. Also die Wookiee-Boy spricht ja die Identität der Spiele an, weil man Microsoft immer noch oder Xbox immer noch sehr verbindet mit Halo, mit Gears of War und mit Forza und da würde ich auch nach wie vor zustimmen, aber wie sie es darüber hinaus schaffen, ist halt einfach mit Game Pass, dass das dann überschreibt, dass halt Game Pass sind alle Spiele und dann halt auch die First-Party-Sachen und jetzt halt auch ein Starfield oder sowas, aber das ist halt auch noch das Ding, dass sie dann parallel auch noch Pech haben, weil Starfield kam dieses Jahr raus, es ist super dumm gewesen, Starfield zu vermarkten als das wichtigste RPG aller Zeiten, das ist einfach super scheiße. Aber ist es wirklich dumm, weil du willst ja, dass es Leute deswegen kaufen, also nur weil es nicht stimmt, ist es ja nicht dumm. Also es war halt im Nachhinein sehr unglücklich, weil wie gesagt, sie hatten da noch das Pech, dass sie jetzt im gleichen Jahr erschienen sind mit Baldur's Gate 3. Ich glaube aber auch, dass diese Erschöpfungserscheinungen, die die Community auch haben mit dem Game Design von Bethesda, dass die Soda so langsam zu tragen gekommen wäre und es kommt ja noch parallel dazu, dass die Leute, die Bethesda Design eigentlich mögen, ja bei Starfield auch rausfallen, weil diese Planetenstruktur für sie nicht funktioniert und es gibt nicht mehr diese eine Welt, die du erkundest, sondern alles ist so fragmentiert und macht den Leuten dann nicht mehr so viel Spaß, kann ich total nachvollziehen. Das heißt, dieses große Ding hat natürlich sich mega verkauft, also ist jetzt nicht ein Flop. Wir wissen, wie viele Leute gespielt haben, Verkäufe wissen wir glaube ich wieder gar nicht. Ja, du hast recht, ich glaube, wir haben die Spielerzahlen gehabt, aber zumindest da wirkte es so, als ob es wirklich, aber auch gleichzeitige Spiele auf Steam war doch auch irgendwie mehr. Ja, ja und es war auch Platz 1 irgendwie in den Verkaufscharts der Retail-Fassungen und so, also es hat sich offensichtlich gut verkauft. Ich würde nur sagen, da vielleicht kurz ein ganz kleiner Schwenk, seid vorsichtig, wenn ihr halt hört, ah, das ist das Spiel, das bestverkaufte Spiel von Bethesda zum Beispiel, weil das stimmt, sie werden nicht lügen, aber es gibt mittlerweile auch doppelt so viele Spieler im Vergleich zu der Zeit, in der er, weiß ich nicht, Oblivion erschienen ist. Dieser Markt ist ja unglaublich am Wachsen, das heißt, es ist so ein bisschen selbstverständlich, dass wenn ein Spiel sich gut verkauft oder okay verkauft in so einem riesigen Franchise, dass es neue Rekorde bricht, einfach weil es ein viel größeres Feld an Spielern, Spielern mittlerweile anspricht. Das muss aber nicht heißen, dass es deswegen super erfolgreich ist. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Naja, also super erfolgreich gemessen vielleicht an den Erwartungshalten des Publishers, weil wenn es jetzt nach uns ginge oder so, wenn sich ein Spiel drei Millionen mal verkauft und nicht erfolgreich ist, dann kratzt man sich ja so ein bisschen an den Kopf, weil man denkt, drei Millionen ist halt mega viel, aber natürlich im AAA-Bereich, wo du dann diese mega Erwartungen dran hast und das Budget auch vorher hattest. Sechs Jahre dran entwickelst. Aber ja, also dieses gerade Forza zuletzt und halt Redfall sind so Kopfschüttel-Momente gewesen, wo wir uns ja wirklich, wir sind bei Xbox in diesem dauerhaften Prozess des nächstes Jahr geht's los. Ja. Das machen wir seit fünf Jahren oder so. Ja. Sagen wir, nächstes Jahr geht's los. Sie haben sich diese ganzen Studios geholt und nächstes Jahr geht's los. Wenn jetzt Hellblade 2 eine 7 von 10 wird, dann machen wir dann. Da mache ich mir keine Sorgen. Also ich glaube, es wird eine 7 bis 8 von 10 und ich werde es lieben. Deswegen, das ist mir egal, aber ich weiß nicht, ich denke dann halt an, ich bin halt aber gleichzeitig froh, dass ein Rare nicht dazu gezwungen wird, ein Banjo-Kazooie zu machen, wenn sie es nicht machen wollen. So, dass die halt Sea of Thieves machen, aber parallel gibt's dann so Sachen wie Everwild, was dann sich so verläuft. Das ist genau die Sache. Das ist super, dass du dir nicht zu irgendwas zwingst, was sie nicht machen wollen. Was nicht so super ist, ist, dass das, was sie machen wollen, nicht klappt. oder immer erst nach Jahren klappt oder nach einem Jahrzehnt klappt und dreimal rebooted wird, weil das ist einfach Management. Das ist einfach, von oben herab ist die Planung offensichtlich scheiße. Aber da bin ich dann so interessiert dran, wie das halt EntwicklerInnen betrifft, zum Beispiel bei Double Fine oder sowas, wo wir halt die Hintergrundgeschichte kennen. Ja. Sehr ausführlich. Ja. Und wie sieht's dann bei denen aus? Die Hoffnung ist ja, dass es bei denen gar nicht aussieht, sondern die halt in Ruhe gelassen werden, was ja die Intention ist, genau. Aber bei Compulsion oder sowas? Keine Ahnung. Oder bei jetzt den Leuten von Perfect Dark, wo es ja auch nicht läuft. Ja, genau. Aber da ist ja der Unterschied. Compulsion und Double Fine sind ja Entitäten, die es schon gab. Gab es schon, ja. Genau, mit diesen ganzen Prozessen. Ninja Theory natürlich auch. Exakt. Während bei diesen ganzen, das ist so ein gutes Beispiel, das wir noch nicht gesagt haben. The Initiative. Like, holy fuck. Ist das ein Versagen, zu sagen, ah, wir machen jetzt unser eigenes Santa Monica Studio hier auf und holen von den ganzen großen Studios in Santa Monica uns die Leute, das beste Team der Welt ran. Und wann war das? War das in 18 oder 20? Ist auf jeden Fall viele Jahre jetzt schon wieder her. Und was es seitdem gab, ist gar nichts. Und ein Spiel, was jetzt mitentwickelt wird von Crystal Dynamics, weil ihr es selbst nicht auf die Reihe bekommen habt. Und damit meine ich nicht die EntwicklerInnen, sondern damit meine ich erneut, das Management hier ein funktionierendes Studio aufzubauen. und dass das machen konnte, was es wollte. Und erneut, da gab es ja, das ist ja von Grund auf entwickelt worden und ausgedacht worden, aufgebaut worden an der Spitze von Phil Spencer. Der ist da am Ende für verantwortlich an der Spitze. Übrigens wirklich 2018 gegründet, also. Ja, also das ist ja unglaublich, das ist jetzt fünf Jahre, nächstes Jahr sechs Jahre her und das macht mich fertig. Das macht mich so traurig, dass sich da nichts dran ändert und dann siehst du, wie viel vor... Und Halo in den Sand gesetzt. Halo in den Sand gesetzt und das Studio ja dieses Jahr auch gegattet, also wo viele Leute gekündigt wurden. Und jetzt ist Forza so... Also das ist wirklich krass. Diese Hauptidentitätsreihen, bis auf vielleicht Gears, weil das letzte war noch relativ beliebt. Gears of War profitiert davon, dass die halt nie was versuchen, sondern also Gears of War hat gesagt, ja wir haben jetzt hier dieses leicht offene Level zwischendurch, aber ansonsten ist es ja immer noch exakt das gleiche Spiel und das ist halt, das ist so eine niedrigschwellige Enttäuschung, weil es immer noch ein gutes Spiel ist, dass es gar nicht mehr auffällt in diesem ganzen Ding. Wenn Gears of War 5 in der Form bei Sony rauskommt, würde ich dir denken, hm, das ist ja irgendwie ein bisschen weird, dass sie immer noch genau das gleiche machen. Bei Gears of War, bei Microsoft ist das, finde ich, schon Erfolg. Also bei mir ist aber nicht der Umkehrschluss, dass ich das, was Sony mache, toll finde, weil die haben ihre Games-as-a-Service-Sache angekündigt, vor der ich mehr Angst habe als alles andere. Japan Studio gibt es nicht mehr, das heißt, viele dieser quirky, kleinen Spiele erwarte ich jetzt nicht mehr und ich finde, die haben eher das Problem, dass ihr AAA-Aufgebot so homogenisiert ist. Ja. So dieses, oh, wir sind erwachsen und gritty und hier sind diese ernsten Geschichten und das ist cool und so, da sind sehr gute Spiele bei draus entstanden, aber da wünsche ich mir irgendwie auch mehr Abwechslung. Bei Microsoft heißt das jetzt aber, also, ne, nur weil ich jetzt das eine kritisier, heißt nicht, dass das andere super toll ist oder sowas, ähm, aber, ja. Ich finde, das sind sehr, 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 zwei Probleme auf sehr unterschiedlichem Niveau, weil bei dem einen Ding hast du halt super erfolgreiche Spiele, wo ich auch als jemand, der sie oft nicht mag, erkennen kann, die Kompetenz dahinter und warum das Leute so sehr lieben. Also sie wirken sehr viel mehr wie, okay, hier wurde was geplant, dieser Plan hat funktioniert, das wurde durch, das wurde durchexerziert und ist genauso geworden, wie sie es wollten. Und ich würde halt gerne mal sehen, dass Microsoft dahin kommt, diese Spiele zu machen, die super gut funktionieren, die mir einfach nicht gefallen, ähm, weil bis zu dieser Ebene kommen wir ja leider nicht, sondern es ist meistens eher, oh, oh, oh. Ja, hier ist die Geschichte über die achtjährige Entwicklung. Jeder fucking Release, jeder fucking Fallout 3, ist ein Jason Schreier-Artikel, den ich erwarte. Und das ist doch Blödsinn, das Gefühl habe ich halt bei Sony überhaupt nicht. Bei Sony, wie du, das ist perfekt gesagt. Das Ding ist aber, bei Microsoft gibt es jetzt so, die haben so viele Studios gestuckt, ne, es gibt ja auch so viele kleine Releases, wie so ein Pentiment oder sowas, was halt scheinbar so gut lief, wie es halt laufen kann mit der Spieleentwicklung. Aber das hat natürlich nicht diesen großen Fußabdruck hinterlassen, wie es die AAA-Titel tun und wird jetzt auch nicht an irgendwelchen Konsolenkäufen beteiligt sein oder sowas. Hyper Rush verkauft sicherlich keine Konsolen. Ja, aber das sind so, das sagt ja Wookiee Boy auch selber, das sind halt so die Highlights, die es dann halt gibt, diese kleineren Sachen. Na gut, wir haben eine nächste Frage von Joa. Robin, wie hat sich deine Perspektive zu Breath of the Wild seit der Veröffentlichung verändert? Ich stelle dir diese Frage aufgrund des Nicht-Erscheinen von Breath of the Wild bei deiner damaligen Goti-Liste. Du hast hingegen in den letzten Jahren immer wieder durchaus positiv über Breath of the Wild gesprochen. Da würde mich interessieren, ob sich deine Meinung zu dem Spiel geändert hat, auch mit dem Kontext vom Erscheinen von Tears of the Kingdom. Ich glaube, es ist emotionslose Wertschätzung. Auch bei Tears of the Kingdom mittlerweile. Autsch. Bei Tears of the Kingdom bin ich ja auch, da haben wir ja auch sehr begeistert darüber gesprochen, als es rauskam. Ich habe es, und wo ich auch, wie Breath of the Wild eigentlich gesagt habe, das werde ich auf jeden Fall durchspielen. Ich habe es heute nicht durchgespielt. Weil es dann tatsächlich die gleiche Erfahrung war wie Breath of the Wild, nämlich komplette Begeisterung in den ersten 10 Stunden, 15 Stunden, weiß ich nicht genau. Und dann irgendwann das Gefühl, ah, ich mache, ah, okay, ich habe es gesehen. Und jetzt mache ich das noch 100 Stunden. Und das macht mir dann Spaß und das finde ich cool. Und erneut, ich sehe die Qualität und ich spüre die Qualität. Aber beim Spielen bin ich dann irgendwie ein bisschen gelangweilt und verleihe dann einfach irgendwann den Faden. Und ich weiß ja, wie ich gecodet bin. Ich weiß, dass es eine toll erzählte Geschichte mir da komplett reichen würde, um mich zu packen oder einfach ein Setting, das ich aufregend finde und so. Und das ist halt bei mir leider nicht der Fall bei Zelda, was auch daran liegt, dass ich diese nostalgischen Gefühle für viele dieser Figuren und Völker nicht habe. Ich finde, die sind grundsätzlich, also die sollten nicht nötig sein, aber ich finde, die sind eigentlich auch nicht nötig. Ich finde, das Problem bei Tears of the Kingdom storytechnisch ist, dass es sich so repetitiv erzählt. Das war halt voll die Enttäuschung, finde ich. Das, was es erzählt, finde ich ziemlich cool. Aber dass es sich so, dass du viermal das gleiche erzählt bekommst innerhalb der Hauptstory, ist halt super dumm. Ich weiß, also wenn wir beim Was sind, ich finde halt super scheiße, diese ganze Zelda-Premisse, die sie gefolgt sind. Ich bin da richtig kein Fan von, dass die Zelda einfach Achso, weil sie sie wegschicken quasi. Weil die macht ja nichts mit dir, sondern sie macht ihr eigenes Abenteuer. Und du spielst halt, um herauszufinden, was sie gemacht woanders. Ja, aber ich mag ihre Geschichte trotzdem sehr gerne. Das verstehe ich wiederum, aber ich finde, das ist eine sehr unbefriedigende Spielerfahrung, dass quasi, was ich mache, ist eigentlich für diese Geschichte halt völlig egal, sondern ich will nur erfahren, was sie gemacht hat, aber ich habe da keinen Einfluss drauf. Und dass sie halt einfach die Struktur wiederholen in diesem Geschichtsreveal vom ersten Teil, wo ich mir dachte, das ist der offensichtlichste Punkt, den du angehst. Das haben sie nicht gemacht. Das ist so die eine Enttäuschung, die ich habe. Ansonsten hatte ich, also was man ja allein schon wertschätzen kann, und das ist immer so die Frage, wenn ein Spiel dich in den ersten 15 Stunden so super unterhält, ist es dann so schlimm, wenn es sich danach dann nicht mehr packt. Wenn es jetzt nur 15 Stunden lang wäre, wärst du dann nicht begeistert von dem Spiel? Ja, wahrscheinlich. Aber ich komme dann auch nicht aus meiner Haut raus und kann dann die zehn Stunden, die ich mich dann irgendwie im Untergrund ein bisschen gelangweilt habe, oder das 20. Mal, dass ich ein Schild aufgerichtet habe, das kann ich dann auch nicht von der Hand weisen, dass mich das ein bisschen gelangweilt hat. Deswegen ist es tatsächlich sowohl bei Breath of the Wild als auch bei Tears of the Kingdom emotionslose Wertschätzung. Das ist, glaube ich, tatsächlich am ehesten, dass ich es cool finde und ich bin froh, dass es sie gibt und ich bin toll, dass Nintendo das gemacht hat und ich finde auch toll, dass Nintendo das mit Tears so gemacht hat, wie sie es gemacht haben, nämlich dieses wilde Gameplay-Experiment, was man so im AAA-Bereich niemals bekommt, warm geworden, beziehungsweise ich bin sehr warm geworden damit, aber dann bin ich leider auch sehr abgekühlt immer wieder. Ja, finde ich aber super spannend. Ich finde halt interessant, dass Breath of the Wild ja durchaus einen Einfluss auf die Industrie hatte, aber gefühlt mehr auf kleine Indie-Titel als auf die großen Spiele. Ich habe noch kein Ubisoft-Spiel gespielt, wo ich das Gefühl hatte, das hat sich irgendwie von Breath of the Wild inspirieren lassen. Nächstes Mal ein little Cock-Game oder wie ist das andere? Diese kleinen Spiele, die dann plötzlich sagen, ich bin jetzt so eine offene Welt, in der du alles machen kannst. Ich bin jetzt ein Mini-Ein, ich bin jetzt ein 5 Stunden Breath of the Wild. Die dann aber gut sind. Also das, finde ich, ist das Wilde daran, die das auch verstanden haben. Ja. Das ist eine sehr gute Beobachtung. Das stelle ich dir völlig zu. Aber die großen Titel bleiben im Groben immer bei dieser Ubisoft-Formel. Ja. Verstehe ich überhaupt nicht. Das ist echt eine interessante Beobachtung. Wahrscheinlich, weil es auch wirklich, vielleicht ist es einfach in der Umsetzung nochmal deutlich schwerer, als man selbst glaubt, dass es sein sollte. Ich glaube, so ein Ubisoft-Open-World-Spiel kannst du dann halt gut machen, wenn du das Vorhaben hast und es dann umzusetzen und du kannst es planen und du weißt, wie du es machst. Wenn du sagst, wir machen sowas wie Breath of the Wild, dann hast du ja erst mal zwei Jahre so Research und Development, um herauszufinden, was du da eigentlich machen willst. Das sind die ganzen Systeme und der ganze Frage. Joa hat noch eine Frage. Mich würde eure Meinung zum Thema Schnellreisesysteme interessieren. Wie die Typen von Schnellreise ins Spiel integriert, wie Taxifahrt in GTA oder einfach schwarzer Bildschirm. Ich persönlich sehe die Komfortfunktion und Notwendigkeit in vielen Spielen dahinter, denke aber, dass Schnellreise so gewichtige Nachteile hat, Anti-Immersion, Wahrnehmung der Spielwelt etc., dass man einfach die Spiele anders stricken müsste. Also ich glaube, was Joa meint, ist, dass man Spiele so bauen sollte, dass Schnellreise gar nicht nötig ist, weil Schnellreise einen rauszieht aus der Welt. Glaube ich zumindest. Also ich glaube, das ist eine gute Frage. Mich persönlich stört es eigentlich fast nie, wenn ich Schnellreisen kann. Ich finde, das, was Joa schreibt mit Anti-Immersion und Wahrnehmung der Spielwelt, finde ich, ist total richtig, weil es Spiele kleiner macht. Die Tatsache, dass du so easy schnell reisen kannst und überall hin schnell reisen kannst, das, finde ich, gilt für einen Breath of the Wild, für einen Tears of the Kingdom, selbst für einen Elden Ring. Diese riesigen Spielwelten, die auch riesig wirken, werden im Laufe der Spielwelt ja erst größer und dann werden sie wieder sehr viel kleiner in meiner Wahrnehmung, einfach weil ich überall hin kann und der Großteil der Spielwelt dann irgendwann irrelevant wird. Und dieses konstante Gefühl von, okay, du hast hier Neues zu entdecken und das auch konstant relevant zu halten, ich wüsste aber auch nicht, wie man das ohne Schnellreise hinbekommt, weil angenommen, du nimmst die Schnellreise wirklich raus aus diesen Spielen, die funktionieren dann einfach nicht mehr. Ja. Glaube ich. Nee, die funktionieren auf keinen Fall mehr, würde ich sogar ganz sicher sagen. Also, das geht nur bei so kompakten Spielen, weil zum Beispiel die Yakuza-Reihe, die Like a Dragon-Reihe, wie auch immer ihr es nennen wollt, die haben eine Schnellreise-Funktion, ich benutze die so gut wie nie. Ja. Ich benutze die irgendwann, wenn ich so am Grinden quasi bin, wenn ich irgendwann sage, okay, ich mache jetzt alle Sidequests, dann benutze ich die und gucke, wie ich am effektivsten durchkomme. Aber wenn du wirklich was abarbeitest, aber jetzt im eigentlichen Spiel so? Das ist voll das gute Beispiel. Da ist ja das ganze Existieren in der Spielwelt so ein integraler Bestandteil des Genusses des Spiels. Und es ist halt, wie du sagst, darum gebaut, es nicht zu brauchen. Ja. Dann braucht man es auch nicht. Aber wenn ich jetzt mir vorstellen würde, dass irgendwie das neue Assassin's Creed oder jetzt Avatar oder Spider-Man keine Schnellreise hätte, das wäre negativ. Ich denke halt an Dragon's Dogma da auch, weil Dragon's Dogma war ja auch so ein Ding, was keine Schnellreise hat, bis du sie freischaltest über so ein bisschen schwer verständliches System, genau, was ja für Dark of Risen dann auch vereinfacht wurde. Und da bin ich, da bin ich so, denke ich auch mittlerweile eher bei der Meinung, oh, es wäre besser, wenn es einfach Schnellreise hätte. Weil ich glaube, es verschließt sich wahnsinnig vielen SpielerInnen, die jemals genossen werden zu können. Das ist, ich weiß genau, was du, ich glaube, ich weiß genau, was du dagegen einwerfen wirst. Ich glaube halt, dass es diese Überlegung, die du dann machen willst, okay, verschließe ich diese Spielwelt potenziell sehr vielen SpielerInnen, die daran wahnsinnig viel Spaß haben könnten und auch eine neue Wertschätzung für diese Art von Spiel gewonnen könnten, indem ich das Fast Level rausnehme. Oder gebe ich den Spielern, die damit okay sind, dass es kein Fast Level hat, wirklich diese, ohne Kompromisse, genau diese Spielwelt, die sich dafür unfassbar echt anfühlt. Und ich bin da, das ist für mich, da bin ich, ich weiß nicht, wo ich da lande. Ich glaube, tendenziell würde ich jetzt eher dazu tendieren, ich glaube, ich würde mich mehr freuen, wenn sowas einfach Schnellreise hätte und dann vielleicht eine Million Leute mehr spielen und die dann für den Rest des Spieles, das ja immer noch so Hardcore ist, wie es ist, eine neue Wertschätzung gewinnen und da würde ich dann, glaube ich, die Nachteile für in Kauf nehmen. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Wahrnehmungsding, dass man es sofort als Hardcore wahrnimmt, wenn jetzt kein Schnellreisesystem ist, oh Hardcore. Und Dragon's Dogma erkauft sich damit, dass die Spielwelt immer noch riesig wirkt, auch nach viel Spielzeit und in Dragon's Dogmas Augen oder in den Augen der Designern ist der Rückweg von einem Ziel oder so Teil der Spielerfahrung und nicht etwas, das als langweilig angesehen und skippbar ist, so wie in vielen anderen Spielen. Und das finde ich grundsätzlich total interessant. Ob das so gut ist oder funktioniert für jeden, ist eine andere Frage. Aber auch bei World of Warcraft zum Beispiel in World of Warcraft Classic hast du diese riesige Welt gehabt, die sich auch so groß angeführt und so abwechslungsreich angeführt hat und du hattest ja Reisemöglichkeiten mit dem Ruhestein oder sowas, aber relativ limitierte oder musstest dir einen Magier irgendwie ranholen, der dich teleportieren konnte oder sonst irgendwie. Also es wurde Schnellreise kontextualisiert eingebaut ins Spiel. Und sie ist ja auch in einem Spiel wie Elden Ring oder Breath of the Wild kontextualisiert. Aber das ist ja wirklich dieses Ding, ich rufe eine Map auf, ich klicke auf ein Dings und dann bin ich halt dort und werde dahin teleportiert aus dem Nichts heraus. Und ich mag sowas wie das, was Joa anspricht mit hier dem Taxi in GTA oder sonst irgendwie. Diesen Einbau in die Spielwelt, sowas mag ich eigentlich total gerne. Wenn du wirklich weißt, okay, ich kann hier in den Taxi steigen, dann werde ich da hingefahren und kann die Fahrt halt skippen. Aber trotzdem habe ich diesen Kontext aus, okay, ich bin da jetzt halt hingefahren und nicht einfach teleportiert. Ja, ich glaube, das ist mir tatsächlich ein bisschen egal. Da habe ich persönlich keine große Verbindung zu, weil mir fällt da halt die U-Bahn aus Spider-Man ein und meine Erfahrung ist einfach, ich skipp das halt. Ich benutze den Fast Travel, weil ich da sowieso nicht in der Spielwelt existiere. Weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, wenn diese Spiele so um Fast Travel gebaut sind, wie das bei so 95 Prozent der ganzen Spiele, der ganzen Upworld-Spiele ist, dann habe ich sowieso nicht das Gefühl, wie in einem Yakuza. Ich spiele Spider-Man nicht so wie in Yakuza. Ich habe da nicht das Gefühl, ich lebe jetzt in New York hier. Das heißt, ich will gar nicht den vorgegaukelt bekommen, ich fahre jetzt echt die U-Bahn. Das wäre ein ganz anderes Spiel. Ja, genau. Das wäre, glaube ich, ein ganz anderes Spiel. Auf jeden Fall, ja. Da würde ich dir zustimmen. Also dieses Ich existiere eigentlich nicht wirklich drin, stimmt auch aus dem Sinne, dass du ja eigentlich drüber fliegst. Gute Punkt, ja. Sie ist so ein Blur unter deinen Füßen die Spielwelt in den meisten Fällen und dann ist es da, glaube ich, auch nicht so wichtig, dass da die Immersion ein bisschen gebrochen wird. Aber interessante Frage. Ja, ist ein super spannendes Thema, finde ich, weil Open World ist ja etwas, das so verbreitet ist und du merkst auch in letzter Zeit, auch da Breath of the Wild wieder ein super Beispiel, kaum geht die Zelda-Reihe in eine offene Welt, wird sie zu einem Mega-Hit. Ja. Und vorher war sie verhältnismäßig klein, nur ein Hit. Ja. Und jetzt wissen wir ja auch, das wird erstmal die Zukunft sein von dieser Reihe. Wahrscheinlich, ja. Die wird halt so bleiben. Und ja, mal gucken, wo es da noch hingeht. Wir machen weiter mit Marco. Marco hat zwei Fragen. Nummer eins, ich zocke, oder es kann auch sein, dass er mehrere Fragen hat. Ich habe ein paar Fragen auch aussortiert bei den YouTube-Leuten, weil sie irgendwie schon mal rankamen und so. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Marco der Fall war, aber ich will es nur dazu sagen. Ich entschuldige mich für alle Fragen, die Tom böswillig rausgelöscht hat im Vorkaus. Genau, da, wo wir krass beleidigt werden, das habe ich alles rausgenommen. Die eins, ich zocke seit Jahrzehnten Spiele, allerdings stoßen mich Spiele im Anime-Look aktiv ab. Woran das liegt, weiß ich nicht. Bis auf Dragon Ball habe ich auch keine Anime geschaut. Welche Spiele würdet ihr mir empfehlen, um diese Anime-Barriere ins Wanken zu bringen und mich ins Licht zu führen? Ich hoffe im Übrigen, dass ich mir für dieses Geständnis nicht mit Yuji Naka die Zelle teilen muss. Also es muss doch Ultimate Ninja Storm sein, oder? Was? Wie? Was den Anime-Look in einem Videospiel ranbringt, oder habe ich es missverstanden, die Frage? Nee, nee, ja, genau. Ihn stößt der Anime-Look ab und dann willst du ihn gleich Ultimate Ninja Storm? Ja, weil er den Anime-Look so hochqualitativ wie nirgendwo anders präsentiert. Und es ist halt nicht verbunden mit ganz schlimmen, quiekenden Stimmen, die irgendwie dazu, es ist kein Chibi-Look, sondern es ist einfach so ein schonend Ding, der ich als Verbindung zu Dragon Ball habe. Ich glaube, Naruto hat so eine innerente, wenn du Anime nicht magst, dann ist Naruto, glaube ich, ein Aushängeschild dafür. Weil da läuft ein orange gekleideter Ninja rum und der wird ernst genommen. Ich hätte jetzt gedacht, halt die Qualität der exklusiven Zwischensichkeiten könnte da überzeugen. Ich glaube, du kommst mehr ran, wenn du dich über Abzweigungen des Anime-Looks ran näherst. Also zum Beispiel einen Nier oder sowas, was ja Anime-Look inspiriert ist, aber immer noch in eine andere Richtung geht. Oder generell so Spiele von japanischen Publishern, die, auch in Final Fantasy, finde ich, zählt da auch voll zu. Weil das können wir jetzt natürlich Marco nicht mehr fragen. Aber ob jetzt zum Beispiel Final Fantasy auch da mit rein zählt und er dann da auch abgestoßen ist von, wäre die Frage, weil gerade jetzt Final Fantasy 16 ja so einen realistischen, insgesamt realistischen Look hat, aber finde ich, immer noch erkennbar Anime ist. Oh, bei 16 würde ich da, glaube ich, nicht mehr zustimmen. Da finde ich es viel mehr inspiriert. Mit den Körter-Designs und sowas. Also ich sehe es bei Clive noch ein bisschen, aber bei vielen anderen, wenn ich mir überlege, denke ich mir, die sind sehr klassisch Western-Fan-Spiegel. Aber das meine ich ja, einsteigen und dann kann man sich ins nächste... Das sind dann sehr kleine Schritte. Also ich würde ihnen trotzdem nicht Final Fantasy 16 empfehlen, weil es kein gutes Spiel ist. Aber so die Richtung, weißt du? Ja, grundsätzlich, also grundsätzlich, da habe ich gar nicht dran gedacht, aber klar, wenn man halt Final Fantasy 13 will, ist das noch viel mehr, aber hat ja trotzdem jetzt nicht den klassischen Anime-Look. Genau. Das sieht ja nicht wie ein Anime aus, aber du hast Charakter-Designs, die auch so aus einem Anime stammen könnten. Deswegen mag ich das Vorgehen davon dir eigentlich ganz gerne. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Anime-Look das eine ist bei Marco. Ich glaube, viele Leute stößt an Anime eher die Art und Weise ab. So dieses kreischende, unsubtile, laute, kreischen ist vielleicht falsch, aber dieses etwas lautere, dieses etwas andere, melodramatische, was oft mitschwingt. Da ist jetzt Final Fantasy vielleicht auch nicht das beste Beispiel, außer vielleicht Final Fantasy 12, wo es ein bisschen subtiler wird. Aber fällt mir da ad hoc was anderes ein, weil Persona zum Beispiel geht ja auch voll in die Richtung, ist halt super schön. Also ja, aber Persona 4, weil das so ein bisschen das Most Basic ist, weil Persona 5 und Persona 3 gehen dann noch ein bisschen, also Persona 5 haut halt ganz thematisch ganz gut rein am Anfang direkt. Persona 3 ist halt übelst Emo in seiner Darstellung und ich habe das Gefühl, Persona 4 versucht so eine relativ einfach zu erreichende Baseline aufzubauen mit seinem Setting und seinen Gefahren, die am Anfang bestehen. Und da habe ich das Gefühl, damit könnte man ganz gut starten. Aber früher oder später muss man natürlich auch bei Fighters, Dragon Ball oder halt bei Ultimate Ninja Storm landen, wenn man richtig dein Anime wertschätzen will. Für den Bombast, für das Visuelle auf jeden Fall. Ich fand deine Nier Automata-Idee oder Nier-Idee fand ich eigentlich auch ganz gut. Aber das ist halt noch nicht so richtig animiert. Also da muss man, das ist halt wirklich so ein Startpunkt. Genau. Aber wenn die Person mir sagen würde, ich mag Anime und zwar wie Nier, würde ich sagen, Moment mal. Und ich meine, also einerseits vielleicht haben die Leute in den Kommentaren noch Tipps für dich, Marco. Andererseits, vielleicht ist es ja auch wirklich nicht dein Ding. Kann ja sein. Ich kann halt so einen Chibi-Look nicht sehen und dann das mögen. Geht mir ja so ähnlich. Also Persona 5 Taktika zum Beispiel ist etwas einfach aufgrund des Looks. Fällt es mir echt schwer, da drüber hinweg zu kommen. Bei Final Fantasy World, wie hieß das nochmal? World of Final Fantasy? World of Final Fantasy, so rum. Auch fände ich voll super das Spiel. Schwierig über den Chibi-Teil hinweg zu kommen. Ich habe es geschafft, Freude zu haben mit Theatrhythm, Eternal Sonata und Xenoblade Chronicles 2. Ich habe da scheinbar eine hohe Schmerzgrenze, dass ich darüber hinaus komme über diese Charakterdesigns, die teilweise richtig schlimm sind. Aber ich kann es verstehen. Weil mir geht es dann bei anderen Sachen halt auch so. Na gut, zweite Frage. Welches sind die meist überschätztesten Spiele aus eurer Sicht? Ich beginne, um blasphemisch das Eis zu brechen. Hades ist komplett überschätzt. Das Gameplay ist unfassbar repetitiv und ich kann mir den Artstyle keine zwei Minuten antun. Die Dialoge finde ich schrecklich. Ich habe jeden Euro, den ich in dieses Spiel investiert habe, bitter bereut. Und nun zu euch. Bei welchen Spielen irrt sich aus eurer Sicht die gesamte restliche Spielerschaft? Ich finde das für die vorherige Frage nochmal wichtig zu wissen, dass er den Artstyle von Hades furchtbar findet. Weil das wirft jetzt alles um. Also Marco, vielleicht wäre es leichter, wenn du uns sagst, welche Artstyle du magst. Das schließt jetzt so viel aus. Vielleicht ist generell gezeichnetes, artistisch freies das Problem. Das ist eher der realistische Look, der gefällt. Weil ich habe das Gefühl, wenn Hades schon abstößt in seinem Look, dann hat Anime wenig Chance, auf fruchtbarem Boden wachsen zu können. Hades hat ja auf jeden Fall einen sehr dedizierten Look. Die haben ja sich wirklich für was entschieden. Ich finde aber krass, ich mag die Aussage sehr, Marco, dieses, du hast jeden Euro, den du investiert hast, bereust, weil so viele Euro sind es doch nicht. Nicht mal so teuer ist es. Drei Euro wären okay gewesen. Also, naja, aber es kostet doch irgendwie 20. Aber er sagt, das Spiel hätte ein Euro kosten können und es wäre eine Fehlinvestition gewesen. Ich meine, wenn er es so scheiße findet, klar. Also ich habe so viele Spiele, die ich hier verratet habe und ihr wisst es alle schon, welche ich hier nennen würde. Deswegen, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen und aufhören soll. Da fände ich Toms Perspektive erstmal interessant. Aber die kennen die Leute ja in der Regel auch. Wir haben ja unsere Sachen mit Elden Ring. Ich habe gerade Final Fantasy XVI als schlechtes Spiel bezeichnet, wo ganz viele Leute sagen werden, du spinnst doch. Aber das ist ja nun mal manchmal so, wo wir dann feststellen und ja oft, oder nicht oft, aber manchmal auch verwirrt sind davon, wie die Spiele dann in der Masse trotzdem so weggefeiert werden. weil gerade bei einem Final Fantasy XVI finde ich es halt echt auf eine Art verwirrend, wie man, wie viele Leute das durchgespielt haben und trotzdem sagen, ich fand das großartig und das will ich den Leuten nicht wegnehmen. Ich finde das ja schön, wenn die Leute Spaß daran haben. Aber ich hätte gedacht, dass diese Probleme, die wir dann auch haben mit dem Writing, mit dem Pacing, mit dem Kampfsystem, mit so vielen Elementen, weißt du, es ist ja nicht diese eine Sache, die uns stört, sondern es sind so viele Sachen, dass das anderen vielleicht dann auch so geht. Und bei anderen Spielen ist es wieder genau andersrum. Aber ja, wie gesagt, Elden Ring war auch eines der ganz großen Dinger, wo ich mich ja schwer getan habe mit. Du hast ja vorhin in Final Fantasy, haben wir ja über das Tagebuch geredet. Bei Elden Ring habe ich eins machen wollen. Es gibt eine fertige erste Folge vom Elden Ring Tagebuch, die könnte ich eigentlich irgendwann mal hochladen, einfach nur für behind the scenes oder so Bonus. Also ich war ja wirklich dran und dann hat mir das Spiel aber so nicht gefallen im Laufe der Zeit. Ich glaube, ich habe einen Hotshake, der mir gerade so einig ist. Ich glaube, das habe ich noch nie offensichtlich so gesagt und auch noch nicht so offensichtlich darüber nachgedacht. Aber ich glaube, die Devil May Cry Reihe und da rede ich jetzt... Ja, da rede ich... Ja, die ganze Reihe. Weil die ja... Also wir reden ja von überschätzt, war glaube ich die Formulierung, oder? Das heißt nicht, dass ich die für schlecht halte. Und ich glaube, das ist ein Scheißspiel, die alle glauben, es ist ein gutes Spiel, sondern da ist, finde ich ja die Sache, Devil May Cry, die in verschiedenen Teilen, vor allen Dingen Teil 3 und Teil 5, sind halt oftmals oder höre ich regelmäßig beschrieben als die Spitze des Genres. Und das habe ich bei Devil May Cry nie so empfunden. Mein Lieblings-Dem Devil May Cry Teil ist ja DMC. Was ja schon der hottest aller Takes ist für Fans der Reihe. Das sind die blasphemischen Takes. Genau. Und ich finde aber, Devil May Cry in seinem Kampfsystem fand ich immer schwierig, so richtig reinzukommen. Ich finde mit seinem, wir haben im Kern eine Angriffstaste und das funktioniert dann alles über Pausen und Bewegungen des linken Analogsticks. Dass das immer noch der Fall ist, verstehe ich nicht. Warum benutzt du nicht eine zweite Angriffstaste auch für die eine Waffe, weil natürlich eine andere Waffe auf die andere Angriffstaste dann gelegt wird. Ich finde das Platforming immer furchtbar in diesen Spielen und es wird immer mehr oder weniger genutzt. Und dann finde ich auch oftmals das Level-Design nicht besonders toll in diesen Spielen. Und dann hast du nochmal gesonderte Probleme in Einzelteilen, wie natürlich diese krasse Wiederholung im vierten Teil in der zweiten Hälfte. Und jeder dieser Teile, Teil 1, Teil 3, Teil 4, Teil 5, hat mehr oder weniger große Probleme, die mir den ersten Playthrough halt irgendwie verderben. Und mir persönlich hat sich dann die Tiefe des Kampfsystems einfach nie erschlossen, beziehungsweise ich fand nie so interessant, da jetzt reinzugehen. Und das gilt ja allgemein bei dem Genre. Ich bin ja einer, der das Character-Action-Genre liebt, aber nicht dafür, dass ich das hundertmal auf den höchsten Schwierigkeiten gerade durchspiele, sondern ich liebe es für seine spektakulären Kämpfe in dem ersten Playthrough. Und ich finde Devil May Cry ist in seinem ersten Playthrough oft relativ, nicht relativ schwach, das ist zu doll gesagt, aber hat viele Probleme in seinem ersten Playthrough, die du vergisst bei deinem dritten, vierten, fünften, wo es nur noch ums Kampfsystem geht. Aber da komme ich nie hin, da habe ich auch kein Interesse hinzukommen. Deswegen habe ich das Gefühl, dass ich das Devil May Cry-Reihe für überschätzt halte und kann das auf einen spezifischen Teil der Kingdom Hearts-Reihe auch beziehen, weil klar, ich mag Kingdom Hearts allgemein nicht so sehr, das ist jetzt nicht besonders spannend, darüber zu reden, aber dass ja wirklich bei Fans des Genres das Kampfsystem vom zweiten Teil speziell so vergöttert wird für so viele Aspekte, da komme ich nicht hinter. Egal wie ehrlich ich es auch versuche, ich klammere die ganzen Story-Quatsch aus, alles was ich halt objektiv auf das Scheiße finde, egal, nur das Kampfsystem, dass ein Björn über alles vergöttert und ausführlich darüber spricht und ich gucke es mir an und ich denke mir, das ist doch einfach auswendig gelernt, du kannst nie intuitiv auf irgendwas reagieren, weil alles so langsam ist und ich komme da nicht hinter. Ich glaube, das sind zwei, die ich dafür so grob überschätzt halte, weil ich selbst einfach nicht da auf der persönlichen Ebene hinterkomme. Also auf eine gewisse Art verstehe ich das, weil mein Zugang zu den Spielen ja auch ein anderer ist, als der von den großen Fans auch vom Genre, wo dieses Mehrfachspielen ein großer Teil der Faszination ist, an das ich ja auch nie so richtig reingekommen bin. Ich spiele Spiele zwar mehrfach, aber meistens, wenn halt fünf Jahre vergangen sind oder sowas. Aber jetzt nicht direkt hintereinander. Also das passiert so gut wie nie bei mir, dass ich ein Spiel direkt nochmal starte, selbst ein kurzes. Und bei dir ist das doch zumindest bei Metal Gear Rising Revengeance und bei Bayonetta so gewesen, oder? Dass du die auch wirklich direkt hintereinander spielen kannst. Ja, absolut. Also dass dieses Potenzial im Genre bei dir durchaus vorhanden ist, wenn dir das Spiel gut genug gefällt. Und das ist bei Devil May Cry nicht passiert. Und dann denke ich schon, okay, dann liegt dir halt irgendwas an Devil May Cry nicht so richtig. Und vielleicht sind es dann halt die Sachen, die du gerade gesagt hast. Aber Devil May Cry 3 ist ja immer noch mein Lieblingsteil der Reihe, weil mich das stylistisch so beeindruckt hat. Stylistisch so beeindruckt hat, eben wegen dem, ne, dieses Style-Ding, von was, mit dem du auch bewertet wirst. Aber die Art und Weise, wie sich das inszeniert hat, mal komplett das Kampfsystem ausgeklammert, fand ich halt wahnsinnig cool. Finde ich auch heute noch wahnsinnig cool. Diese Intro-Cutscene ist legendär mit Dante in diesem, und der Jukebox und den Monstern. diese Lässigkeit, die hat mir richtig imponiert damals als Teenager. Und das kann ich auch heute noch wertschätzen. Und da mag ich ja auch die Cutscenes nicht alle, aber den großen Teil der Cutscenes aus Devil May Cry 5 wieder richtig, richtig gern. Tausendprozentig, ja. Wo die Inszenierung einfach on point ist. Da ist aber auch viel Kram drin, den ich richtig dumm finde. Seien es die weiblichen Charaktere oder halt Dante, den ich inzwischen nicht mehr so richtig mag. Ich mag Nero voll gern, aber naja. Gut, das ist was anderes. Aber ja, also das gibt es natürlich, dass es Spiele gibt, die wir für überschätzt hatten. Also wirklich im Sinne von, die scheinen unglaublich beliebt zu sein und wir kratzen uns am Kopf. Also ich habe hier meine absolute Verzweiflung, ob der Resonanz zu God of War mitbekommen und wie ich da saß und sagte mir, warum bin ich da, wo ich bin? Wie lande ich da, wo ihr seid? Was ist mit mir falsch? Das wurde ja stark chronologisiert, wie sehr ich da mit mir gekämpft habe. Ich habe das jetzt gerade gesehen in einem Threat of Reset Error über Sea of Stars. Oh, da habe ich auch schon von gehört. Irgendjemand mit meiner Timeline hatte auch diesen Take, ja. Wo es auch darum ging, dass Sea of Stars ein relativ okayes, gutes Rollenspiel ist, aber jetzt nichts Besonderes ist auch von seinem Writing nicht und das ist jetzt nicht direkt meine Meinung, weil ich habe es nicht genug dafür gespielt, aber das ist das, was ich mitbekommen habe als etwas, das gerade diskutiert wird. Ich weiß auch nicht von wie vielen Leuten, weil insgesamt ist das ein sehr beliebtes Spiel, aber darum geht es ja, dass es trotzdem so gut wegkommt, so gut bewertet wird und so und um diese Diskussion, dass es da jetzt so ein bisschen Gegenwind zu gibt. Hat gerade Best Indie Game gewonnen von den Kritikern, aber ja genau, das bekomme ich gerade auch so ein bisschen mit. XMJD, nächste Frage, durch das Quiz letzte Woche, also er meint, dann ist es vorletzte, musste ich an Hooked Questlog denken und habe mich gefragt, warum das eigentlich nie weiterging. Das ist, das muss ich wahrscheinlich erklären für die meisten Leute, das ist ein einzelnes Video gewesen, das damals ich mit Dani gemacht habe, zu einem vergessenen Rollenspiel, nämlich Dragon's Lore, hieß es glaube ich, wo ich auch noch einen kleinen Clip von Mats mit reingeholt habe und wir haben das vorher quasi einmal durchgespielt und das aufgenommen und dann im Nachhinein besprochen und dann Clips von diesem Durchspiel mit reingenommen, was ein sehr langer Prozess war und das Video würde ich heute auch ein bisschen anders machen. Ich finde, es ist am Ende ein bisschen, ich finde, es ist ein sehr unterhaltsames Video, aber es ist gerade am Anfang des Videos ein bisschen zu steif, würde ich heute, wie gesagt, ein bisschen anders aufziehen, aber grundsätzlich war da der Aufwand ein bisschen problematisch, weil das so viel Zeit gefressen hat und ich das ja dann mit meiner damaligen Partnerin gemacht habe, deren Zeit ich, man ja dann auch noch einplanen muss, das war etwas unrealistisch, um das dauerhaft fortzusetzen. Ich erinnere mich, also ich erinnere mich natürlich im Kern dran, aber natürlich das komplette Video nicht mehr exakt im Kopf. Ja, das ist schon lange her. In meiner Wahrnehmung ist aber ein bisschen der Review-Talk etwas Ähnliches daraus entwachsen. Ich weiß nicht, ob es daraus entwachsen ist, ob es es vorher schon gab. Ich glaube, daraus entwachsen jetzt nicht, aber es sind Ähnlichkeiten weil wir ja da auch geredet haben in Retrospekt wertend über das Spiel, aber mit sehr genauer Bezugnahme auf bestimmte Dinge, wo man dann auch Reaktionen einspielen konnte. Eigentlich ist es vom Format viel ähnlicher zu dem, was wir mit Filmen machen, wenn wir Resident Evil besprechen. Nur das halt mit wir spielen. Ah, okay. Oder Uwe Spoiler auch? Reaktionen zuschneidst, genau, und wo du Spoilerst und so. Ja, 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 ich stimmt. Also es ist eher das. Und das, finde ich, ist auch grundsätzlich eine coole Idee, aber dieses tatsächlich ein Let's Play dazu aufnehmen, dass man nicht als Let's Play veröffentlicht, sondern nur als Zwischenschnittmaterial ist halt absurd. Das für einen Film zu machen ist gut machbar, wenn du ein doppelt, ach, ein doppelt, ein zehn bis zwanzig Mal so langes Spiel machst, ist es eine ganz andere Geschichte. Genau, genau, genau. Wie gesagt, grundsätzlich, also es gab ja einen Grund, weshalb ich das Format damals machen wollte, weil ich es halt irgendwie cool fand und weil ich ja eine ganz große Faszination für diese Art von Spiel habe, siehe aktuelle Time to 3. Wollte ja sagen, da lebst du es ja gerade dann aus. Genau, und da ist es dann halt, da kommt das quasi auch zum Einsatz und dann brauchst du das drumherum vielleicht gar nicht mehr. Na gut, Michael hat eine Frage. Es gibt ja unterschiedlichste Genres und Spiele, jedoch habe ich bemerkt, dass ich gerne mehr Spiele hätte, die sich nicht wie Filme anfühlen, sondern man fühlt sich, als hätte man ein Abenteuer erlebt. Dieses Gefühl hatte ich in den letzten Jahren, vor allem bei Breath of the Wild und dieses Jahr wieder bei Elden Ring, das Entdecken einer fremden Welt, aber freier, als das bei anderen Titeln üblich ist. Ghost of Tsushima oder Horizon zum Beispiel fühlen sich ganz anders an. Wenn ihr wisst, was ich meine, habt ihr auch Spiele, die in diese Kerbe schlagen und könnt ihr welche empfehlen? Das ist perfekt, schließt perfekt an die Fast Travel-Version an, weil es eigentlich jedes, wenn ein Open-World-Spiel, das gilt jetzt für Breath of the Wild nicht, aber wenn ein Open-World-Spiel kein Fast Travel hat, dann ist es wahrscheinlich ein sehr viel stärker auf Erkundung und Existieren in der Spielwelt abzielendes Videospiel. Und ich würde sagen, das gilt sowohl für Dragon's Dogma zum Beispiel, das ist sehr viel weniger filmisch, obwohl es natürlich auch klassische Zwischensequenzen hat, aber ist auch bei so etwas, wenn ich jetzt an sowas wie Gothic denke, mal ganz, wirklich einen Schritt weiter in die Vergangenheit zu machen. Die Frage wollte ich vorhin auch stellen, hat Gothic ein Schnellreisesystem? Nur ähnlich zu Dragon's Dogma, so spezielle Pottsteine, die du irgendwann findest und es wird dann im Laufe des Spieles einfacher, aber es ist nur bestimmte Locations, ich glaube, es zieht dir halt Ressourcen ab und es ist jetzt für einen Großteil des Spieles nicht so, dass du das Fast Travel hast. Ja, dann doch das. Ja, dann das, genau. Also, wir haben ja vorhin auch Like a Dragon erwähnt, das ist ja eine sehr filmisch Reihe. Ich glaube, Michael meint jetzt vor allem Sachen, wo du halt nicht groß dich mit Story auseinandersetzen musst, sondern du wirst sofort so reingeschmissen. Ich finde Hitman ist eine wunderbare Reihe dafür. Ganz andere Umsetzung. Genau, so ein bisschen ein Querschlag, aber kann ich total verstehen. Aber ich glaube, Dragon's Dogma ist echt ein gutes Beispiel. Würde ich auch sagen. Also, wenn, Michael, weil du Dragon's Dogma noch nicht gespielt hast, da unbedingt mal reingucken. Ein bisschen Sitzfleisch vielleicht mitbringen, ein bisschen Toleranz für Game Design, das sich dir vielleicht auch manchmal in den Weg stellt. Ja, aber das erzeugt die Abenteuer, wenn du bist einfach nur zu deinem Ziel, aber dann wird es nachts und du bist in einem Wald. There you go. Deine nächste Stunde ist abgeklärt, weil du hast einfach ein Abenteuer in diesem Wald, das du dir aber selbst baust. Und ich finde, genau das haben sie ja, da haben sie glücklicherweise auch einen Fokus in der letzten Dragon's Dogma-Präsentation draufgelegt, wo auch der Director irgendwie erzählt, hier ist diese Situation passiert und das wirkt wie ein Film, aber das ist einfach dynamisch in der Spielwelt entstanden, dass man halt einfach rumläuft und wir haben unsere KI-Leute und unsere KI-Soldaten und KI-Monster und die reagieren halt aufeinander und dann passieren einfach Dinge. Also das scheint auch bei Dragon's Dogma noch ein Fokus zu sein. Das ist da eigentlich, würde ich auch sagen, eine der besten Empfehlungen für, die man so nennen kann. Und natürlich hast du mit Breath of the Wild schon die beste genannt. Ja, genau. Da fallen mir halt nicht groß andere Spiele ein, weil wie wir vorhin schon gesagt haben, es gibt halt nicht so viel, was sich davon hat inspirieren lassen, außer diese kleinen Titel wie Little Gator Game oder sowas. Und es gab noch eins, was neulich so war. Chia geht noch ein bisschen in die Richtung, aber es hat auch ziemlich viel Story. Genau, Chia ist auch dann, hat in seiner Struktur relativ viele klassische Open-World-Dinger drin. Ich glaube, wenn du allgemein nach systemischen Spielen mal googelst, Systemic Video Games, da bekommst du, da bist du auf einem guten Pfad, glaube ich, einfach Spiele, weil das beschreibt für mich Spiele, die diverse Prozesse laufen haben im Hintergrund und du interagierst dann mit denen, so wie es passiert. Genau, Sandboxy ist ein gutes Wort dafür. Gut, die letzte Frage für heute kommt von NoVideoLoader. Robin hat ja im Gespräch um Plague Tale gesagt, dass schlechte Enden selten bis nie das Erlebnis rückblickend für ihn ruinieren. Mich würde interessieren, ob euch Beispiele einfallen, in denen das Gegenteil wäre Fall war. Also, dass ein großartiges Ende ein nur okayes oder sogar mittelmäßiges Erlebnis rückblickend in euren Augen angehoben hat, entweder weil es so gut abgerundet wird, dass das große Ganze in seiner Summe dann doch besser wirkt oder weil ein finaler Twist die Perspektive so stark geändert hat und alles neu kontextualisiert. Boah, also, was recht einfach zu beantworten wäre, finde ich, sind gute Spiele, die noch besser werden durch Enden. Aber Spiele, die, weil da würde mir sowas einfallen wie Spec Ops The Lion zum Beispiel. Ich finde, das Ende da hebt es auf eine völlig andere Ebene. Wenn ich auf so einen Film gehen darf, ganz kurz, als kleiner Exkurs. Ich finde, sowas wie Saw. Nier zählt da tatsächlich auch so. Nier ist ein gutes Beispiel, auch. Aber tatsächlich, also, es geht ja hier um okaye oder mittelmäßige Spiele. Genau, da wird es dann richtig schwierig, weil da muss... Ich meine doch, mir fällt eins ein. Oh ja. Mir fällt eins ein. Mir fällt eins ein. Und zwar unser Time to 3 Lieblingsspiel, zumindest das von Robin und mir, nämlich Knights Contract. Es hat ein großartiges Ende. Es hat ein ganz tolles Ende. Das stimmt. Das den Rest des Spiels nochmal auf eine andere Ebene hebt und ich möchte einen zweiten Teil haben. Ähnliches gilt auch aus ähnlichem Grund für Lords of Shadow, aber erneut da ist das Spiel auch schon so gut. Ist nicht Trainings Dogma, also es ist ja natürlich ein sehr gutes Spiel, aber ich kenne ja das Ende bis heute nicht. Das ist gut. Das macht ja... Ich weiß immer nur, das ist irgendwie wild und das ist alles, was ich weiß. Da geht es auch weniger um einfach eine Endsequenz oder so, sondern eher, was das Spiel so macht am Ende. Ja, ja, ja. Da wurde das auch auf eine neue Ebene für mich gelegt, das stimmt, ja. Da geht es dann zwar nicht um okay und mittelmäßig, aber es geht darum, dass das Ende nochmal reinhaut. Es hebt die Erzählung von okay mittelmäßig auf eine höhere Ebene. Oh ja, würdest du sagen? Würde ich auf jeden Fall sagen, weil die Erzählung von Drang's Dogma komplett vergessenswert ist eigentlich zum ganz großen Teilen und das Ende ist so das, wo du denkst, oh, was habt ihr hier vor? Steckt doch was hinter, sozusagen. Ganz schön was hinter sogar. Das ist ein gutes Beispiel, würde ich sagen. Ja, ansonsten fällt es mir aber wirklich schwer. Ja, was das so schwer macht, ist konkret das Ding ein mittelmäßiges Spiel. Ja, ja, weil die meisten mittelmäßigen Spiele sind durch die Bank weg. Ja, mir fallen halt Dinge oder werden eher schlechter. Exakt, genau. Mir fallen halt Dinge ein wie Mafia oder so, aber es sind alles gute Spiele, die besser werden, in meinen Augen, durchs Ende. Boah, ja, da müsste ich, glaube ich, noch mehr intensiver nochmal drüber nachdenken. Ja, das ist richtig schwierig. Aber die Fragen können wir gerne weitergeben an die Kommentarsektion, weil... Sehr gerne. Da wäre ich sehr interessiert, ob euch da Sachen einfallen. Das ist natürlich auch was sehr subjektives, was für ein Spiel findest du selber überhaupt mittelmäßig und wie funktioniert dann das Ende? Spielt man mittelmäßige Spiele überhaupt zu Ende? Bei Robin gibt es diverse Achievement-Spiele, aber ich glaube auch ein Captain America für Xbox 360 wird kein großes Ende gehabt haben, sondern dann einfach aufhören. Das ist dann vorbei, weil du einen Bösen besiegt hast. Genau. Hatte Wanted Dead ein großartiges Ende? Nee. Nee, auch nicht so richtig, ne? Nee. Hatte Devil's Third ein großartiges Ende? Auch nicht so richtig? Nee. Schade. Naja, gut. Ich würde nur Time-to-3-Spiele durchgehen, deswegen lass mal das Also ich bin gespannt auf eure Antworten. Ja, ich wäre auch sehr gespannt. Vielleicht gibt es ja ein, zwei. Na gut, dann soll es das, denke ich, erstmal gewesen sein mit diesem Feedback-Podcast. Als kleinen Ausblick, ich meine, Robin hat ja schon gesagt, eventuell kommt, was das so ein bisschen auf dem von Alan Wake 2 aufbaut. Da müsst ihr mal die Augen offen halten. Das ist gerade alles in der Planungsphase, deswegen gibt es da keinerlei Versprechungen gerade. Und es wäre auch noch weit weg. Und es wäre auch noch weit weg, genau. Ansonsten, bei Time-to-3 plane ich ganz fest mit Mats Apollo Justice zu spielen, wenn die HD-Version rauskommt, weil das der vierte Ace Attorney Teil ist, der jetzt als nächstes an der Reihe wäre und wir haben extra gewartet. Weißt du, wann das ist? Also das Spiel kommt am 24, 22, 18. Januar, irgendwie so. Ach so, okay. So Mitte, Ende Januar, so in die Richtung. Ich glaube, es kommt am gleichen Tag wie Bündnis of Persia raus, oder? War das nicht was? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Kommt da natürlich drauf an, wenn wir einen Pre-Release-Code kriegen, kann ich es vielleicht schon vorher mit Mats aufnehmen, aber es kommt auch total drauf an, wie Mats überhaupt Zeit hat. Also kann auch sein, dass das selbst nach dem Release noch eine ganze Weile dauert, bis es da weitergeht. Aber ja, haltet da auch mal die Augen offen. Ansonsten, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke schön. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt gerne wieder Fragen rein. Falls ihr Feedback-SupporterInnen seid, ab 10 Euro werdet ihr das auf Patreon und Steady. Ihr könnt jederzeit Fragen einschicken an tom.atookmagazin.de einfach mit der Mail, mit der ihr euch auch bei Patreon und Steady angemeldet habt, damit ich verifizieren kann, dass ihr SupporterInnen seid oder halt über das Nachrichtensystem von Steady oder Patreon. Und dann kommen die in mein Dokument rein, sind dann safe für die nächste Folge von Feedback, die ja nur selten kommen. Ich weiß, aber so funktioniert es irgendwie ganz gut, habe ich das Gefühl, auch mit dem Rückblick immer. Und der nächste kommt dann, denke ich, Richtung Sommer, vielleicht im Frühling, wenn es so viele Fragen gibt, aber ansonsten halt richtig Sommer. Und alle anderen können natürlich auch in die YouTube-Kommentare posten. Kann halt sein, dass es dann eine Weile dauert. Wir haben gerade so einen angenehmen Winter. Jetzt hast du gesagt Sommer und ich denke schon an die nächsten 40 Grad Sommer. Dieses Jahr war der Sommer und der Winter, okay. Gut, jetzt reden wir über das Wetter. Ich breche ab, Entschuldigung. Ganz schön kalt draußen, Robin, ne? Ganz schön kalt draußen. Jetzt gerade geht's, aber du musst dich denken, in zwei Wochen, da ist es bestimmt viel kälter. Leck mich fett, ist das kalt in zwei Wochen, do. Holy moly. Dankeschön. Das soll es gewesen sein mit dieser Folge, der wir im Feedback. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020